Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von CanFM Live. Ja, wir sind heute hier auf einem Flugplatz und ich denke, der Fliege über uns und das Datum, an dem veröffentlicht wird, lässt er ahnen, auch mit den Gesichtern, die hier bekannt sind, um welches Thema es heute gehen wird, natürlich um den 11. September, die Terroranschläge aus dem Jahre 2001. Und eins, ich darf die Gäste vorstellen, auch wenn das nicht wirklich nötig ist, hier rechts außen Matthias Bröckers. Herr Bröckers, ich grüße Sie. Hallo. Elias Davidsson, Herr Davidsson, auch Sie haben mindestens ein Buch zum 11. September veröffentlicht, auch Sie sind ein Experte auf diesem Gebiet. Schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Paul Schreier schreibt im Moment an einem aktuellen Buch über Demokratie, hat aber sich auch schon in Buchform zum 11. September geäußert. Auch schön, dass Sie hier sind auf diesem Flugplatz. Das Wetter spielt auch mit. Ihr Applaus. Hallo. Dankeschön. Und ein Mann, den ich auch nicht vorstellen muss, Historiker aus der Schweiz, Dr. Daniele Ganser. Er hat ja nicht nur Bücher veröffentlicht zu NATO-Geheimarmeen, sondern er beschäftigt sich auch in Vorträgen, immer wieder mit dem 11. September und vor allem den Folgen. Und das äußerst erfolgreich, glaube ich, gerade mit der Deutschen Bahn, mit einem großen Delay angereist. Hat geklappt. Trotzdem hat es geklappt. Das ist Ihr Applaus, Herr Ganser. Hallo. Grüße Sie, Herr Japsen. Es gibt Menschen, die sagen, 11. September, das Thema ist doch durch. Darüber wissen die KNFM-Zuschauer darüber Bescheid. Das stimmt auch. Aber öffentlich das zu sagen, was man denkt, ist ja schwer aus der Mode gekommen. Gerade was den 11. September angeht, ist man schnell ein Verschwörungstheoretiker und verliert auch Freunde. Und deswegen haben wir uns überlegt in dieser Sendung, ich glaube, dass die Community, die Menschen auch hier live dabei sind, dass wir denen kaum Neues erzählen können über den 11. September. Sind alle sehr gut informiert, denn seit Jahren beschäftigen sie sich mit diesem Thema. Wir wollen versuchen, in dieser Sendung zu erarbeiten, was denn der 11. September mit der Gegenwart zu tun hat. Was ist denn mit uns Macht? Welche Gesetze auf den Weg gebracht worden sind? Ob wir Freunde verloren haben? Und wohin die Reise geht, wenn man immer mehr Angst hat, eine Meinung zu äußern, nicht nur zum 11. September, aber eben speziell dazu, die vom Mainstream abweicht. Und deswegen vielleicht den Mund hält in diesem Punkt und noch in ganz anderen Punkten. Was bedeutet der 11. September für die Gegenwart? Die klassische Frage, wenn man sich mit Menschen bezüglich des 11. September unterhält, ist ja, wo waren sie am 11. September? Weil das weiß jeder. Die Frage möchte ich nicht stellen. Ich fange bei Ihnen an, Herr Bröckers. Wann haben Sie sich zum ersten Mal mit dem 11. September 2001 beschäftigt? Das war um 14 Uhr circa unserer Zeit. Am 11. September 2001 oder halb drei kriegte ich einen Anruf von einem Freund, der sagt, Matthias, mach mal schnell das Fernsehen an, da ist in New York was passiert. Und ich saß zu dieser Zeit schon seit etwa einem halben Jahr an einem Buch über Verschwörung und Verschwörungstheorien. Und ich wollte die historisch untersuchen und wollte strukturell mir anschauen, wie funktionieren denn Verschwörungstheorien, wie werden sie verwendet, wie war das in der Vergangenheit. Und hatte mir an dem Morgen notiert, so auf meinem Notizzettel, den ich da so hatte, für das Kapitel, an dem ich am Schreiben war, Verschwörungstheorien reduzieren komplexe Zusammenhänge auf einen einfachen Sündenbock und werden deshalb gerne zu Propagandazwecken benutzt. Das war mein Gedanke, an dem ich schreiben wollte entlang an diesem Morgen. Und dann kriege ich den Anruf, schalte das Fernsehen ein, sehe wie der Rest der Welt erst mal erschrocken und ja, ungläubig, was passiert denn hier? Und höre nach etwa 45 Minuten zum ersten Mal Osama Bin Laden. Ich hatte den Namen schon gehört, der Typ war ja schon bekannt sozusagen als Al-Qaida- oder Terror-Mensch, aber detaillierte Kenntnisse hatte ich nicht. Es gab keinen persönlichen Kontakt. Auch keinen persönlichen Kontakt zur Familie, das hatte ja eher George Bush und so weiter, die waren ja auch in gemeinsamen Firmen engagiert. Und ich habe dann weiter das Fernsehen den ganzen Tag laufen lassen und mich dann gewundert, dass so nach zwei Stunden dann etwa immer häufiger Osama Bin Laden auftauchte als Verdacht. Das ist ja auch erst mal okay. Also der hatte sich schon ein, zweimal negativ sozusagen geäußert gegenüber den USA. Also Täterhypothese, kann man mal äußern. Kann man äußern, völlig in Ordnung. Was mich dann aber im Lauf des Abends dann auch überrascht hat, dass überhaupt keine andere Hypothese auf den Tisch kam. Also Osama stand quasi 45 Minuten nach dem Anschlag, die Türme waren noch nicht mal eingestürzt, da war klar, Osama Bin Laden. Und es kam überhaupt niemand anderes aufs Tapet. Dann wurde noch gezeigt am Abend in der Tagesschau, dass palästinensische Kinder sich freuen und jubeln darüber. Später kam raus, denen hat man vorher Bonbons geschenkt und also so eine Fake-Nachricht, das lief aber bei uns in der Tagesschau. Und am nächsten Morgen habe ich mich dann hingesetzt und habe den ersten Kommentar geschrieben, der hieß Verschwörungstheoretische Anmerkungen zu einem Terroranschlag. Daraus wurde eine Serie. Daraus wurde dann eine Serie, die ich aber eigentlich gar nicht schreiben wollte. Ich hatte ja ein historisches Buch am Wickel und hatte nicht vor. Dann am dritten Tag habe ich geschrieben über den Koffer von Mohammed Atta, der als einziger von über 200 hängen blieb. Und wo auf einmal alle Beweise drin liegen, ein Koran, wie fliege ich eine Boeing und und und, inklusive Testament. Wieso nimmt der Kerl sein Testament mit ins Flugzeug, wenn er sich doch... Also Fragen. Darüber habe ich dann auch geschrieben, also sehr merkwürdig hier mit dem Koffer. Und damals habe ich ja noch fürs Radio gearbeitet und dann auch gesagt, Leute, da gab es so ein kleines Zehn-Minuten-Format. Ich will was machen über Mohammed Atta's Koffer. Und da sagt mir mein Redakteur, nee, Brückers, also ich sage, wie, wieso, hast du Befehl von oben? Nein, sagt er, aber wenn ich, ich weiß genau, wenn ich dich jetzt hier zehn Minuten erzählen lasse, was du mir gerade erzählt hast, dann kriege ich hier Stress. Also hat er gesagt, du sollst das nicht machen, oder wie? Ich habe es nicht gemacht, ich durfte es nicht machen. Der sagt, du kannst über jedes Thema senden, aber nicht das. Und dann habe ich gesagt, du, weißt du was, dann sende ich hier überhaupt nichts mehr. Ja, und ich habe seitdem auch nichts mehr für den SFB oder RBB, du hast ja da auch mal gewerkelt. Ja, 17 Jahre. Ja, ja, ja. Ich habe auch viele Jahre da kommentiert und zu Wissenschaft, Kultur, Politik, Features auch gemacht. So, und dann habe ich gesagt, naja, aber ey, zehn Minuten, das ist ja so offensichtlich mit diesem Koffer. Wenn ich Drehbuchautor wäre und schreibe einen Tatort, wo irgendwas am Tatort liegen bleibt und die Polizei findet es und da liegt dann ein Koran drin und das und das und ach so, ein Moslem war es, da würde der Redakteur sagen, also hör mal, so plump kannst du hier aber nicht im Tatort kommen. Aber in dem 9-11-Tatort ist man uns so plump gekommen und das ist ja nur ein winziges Beispiel von vielen. Und so hat meine Arbeit damit angefangen. Ich bin aber davon ausgegangen, das müssen doch die Kollegen alle auch sehen, die Journalisten. Ich kenne ja viele, auch bei den etablierten Sendern und Kanälen. Also das kann doch an keinem vorbeirauschen. Das sieht doch jeder, dass hier irgendwas faul ist. Ich hatte nicht vor, da 60 Folgen bei Telepolis und dann drei Bücher zu schreiben, war nie mein Plan, weil ich davon ausgegangen bin, ja, die Kollegen vom Spiegel, vom Stern, von den großen Sendern, die werden das ja auch sehen. Also jeder, der irgendwie halbwegs mit klarem Verstand auf diese Sache schaut, der muss doch sehen, dass da vieles nicht stimmt. Dann kamen die Berichte, dass die ganzen Hijacker sich lebend meldeten und sagen, hallo, da muss was falsch sein. Ich bin doch noch da und ich stehe hier auf dem Fahndungsplakat. Also all diese Dinge hätte eigentlich der Journalismus, die Kollegen hätten das aufgreifen müssen. Ist nicht passiert. Hat keiner gemacht. Und deshalb wurde ich dann eigentlich, ohne dass ich das überhaupt geplant hatte und vorhatte, zum 9-11-Aufklärer. Ich hätte mir das, ich hätte mir das A, nie zugetraut und B, auch nie damit gerechnet, dass ich da allein bleibe auf weiter Flur. Wann kam dieses erste, das weiße Buch, was Sie hier sehen können, es sind ja noch zwei weitere, wann kam dieses Buch zum 11. September raus? Das kam im Sommer 2002 raus, also ein paar Monate später. Ich habe diese Serie geschrieben, 60 Folgen auf Telepolis, kann man immer noch lesen dort und dann daraus dieses Buch gemacht. Herr Bröckers, das ist Ihr Applaus, weil Sie sind praktisch der Erste, der gesagt hat, hier stimmt was nicht. Das hat bei anderen sehr viel länger gedauert, auch bei mir, Riesenapplaus. Schon ein paar Monate später kam das Buch raus und Sie haben Fragen gestellt. War aber Zufall. Ja, das Buch ist inzwischen, glaube ich, 150.000 Mal verkauft. Ja, das ist in ganz viele Sprachen übersetzt worden und dann wird ja immer gesagt, ja, diese Verschwörungstheoretiker wie der Bröckers, die machen das ja nur, um Geld zu verdienen. Natürlich habe ich damit dann richtig gut Geld verdient, aber mein Vorschuss betrug, ich glaube, 5.000 D-Mark waren das noch damals. Und in der Regel, wie viele Buchautoren wissen, wenn man einmal den Vorschuss gehabt hat, dabei bleibt es auch, da kommt dann nicht mehr viel hinterher. Dass das Buch dann so ein Erfolg wurde, verdanke ich den Kollegen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben. Das ist ganz einfach. Also ich habe als Einziger da so ein bisschen weiter geschaut und mit meinen Mitteln, ich bin ja nur freier Autor, ich habe auch kein Geld, um jetzt, dann hat jemand gesagt, ja, aber Sie haben doch gar nicht mit den Angehörigen der Hijacker gesprochen. Ja, wie soll ich bitte schön das machen als Freelancer, habe ich keine Möglichkeit nach Jemen oder Saudi-Arabien zu fahren, um mit der Mutter von dem und dem zu reden. Das hätten die Kollegen aber machen müssen, die das Budget haben, aber sie haben es nicht getan. Und so habe ich einen wunderbaren Bucherfolg gelanden können, mit dem ich niemals gerechnet hatte. Also man kann sagen, Sie waren doch in Deutschland, kann ich sagen, wohl einer der ersten. Kennen Sie im Ausland Kollegen, die ähnlich früh dran waren? Thierry Messon in Frankreich war ganz früh, das kam etwa zur selben Zeit dann raus, so im Frühjahr, Frühsommer 2002. Sein Buch, der hat am Anfang über den Pentagon-Anschlag nur geschrieben. Und in Amerika hat es noch eine Weile länger gedauert, dass mein Verleger 2001 war dann auf der Buchmesse 2002 in Frankfurt. Mein Buch war ein Mega-Bestseller, weil 2001 nicht in der Spiegel-Bestseller-Liste gelistet wird, weil die nur in ihren eigenen Läden verkaufen und nicht im normalen Buchhandel, war ich nicht, sonst wäre ich Platz 1 gewesen da auf der Spiegel-Liste mit dem Ding. Jetzt ist Buchmesse und da interessieren sich natürlich auch internationale Verlage für die deutschen Renner. Und ich traf mich abends zum Essen mit dem Verleger und der sagt zu mir, Matthias, ich habe mir ja noch nie so blutige Nasen geholt wie mit dem Buch. Ich sage, wieso? Ja, meine amerikanischen Freunde, der hat viele Kontakte nach USA, die haben mir gesagt, also was hast du mir da für ein Skript geschickt? Das fasse ich ja noch nicht mal mit der Kneifzange an. Andere hat gesagt, großartiges Buch, aber ich kann es nicht drucken, die brennen mir das Haus ab. Also da waren so Verleger, die hatten Angst, dieses Buch zu publizieren im Sommer 2002, weil die Nachricht irgendwie wollte man nicht. Es kam dann der Mike Ruppert, glaube ich, in Amerika als einer der Ersten. Mit Crossing the Rubicon oder so. Das kam dann so 2004 oder so. Also in den USA hat es länger gedauert und die Übersetzung von dem kam dann auch viel später in den USA dann noch raus. Aber es ist immer noch auch in Amerika erhältlich. Und das Problem ist, glaube ich, schon, dass die Amerikaner am Anfang, und das waren diese Verleger, die gesagt haben, ich kann das nicht drucken, die schlagen mir die Wohnung ein. Das waren jetzt keine eigentlich Ängstlichen, sondern eher auch so Alternative, Underground und sonst wie Leute. Aber selbst die hatten Angst, weil das Thema so heiß war. Herr Bröckers, ich habe Ihnen ja die Frage gestellt, wann Sie sich zum ersten Mal damit beschäftigt haben. Und Sie haben jetzt eine, wie ich das von Ihnen kenne, relativ lange Antwort gegeben, ohne zu fuchteln. Danke dafür. Ich fasse mal kurz zusammen. Praktisch schon Stunden nach dem Anschlag haben Sie sich damit beschäftigt. Okay. Dabei kommt man was zum Belastung. Herr Ganser, wann kam bei Ihnen zum ersten Mal so etwas wie Zweifel auf und dass Sie sich dazu äußern würden? Es hat ja Ihre Karriere einen Knick ganz nach oben verpasst. Wann kamen Sie gesagt, da stimmt was nicht? Aber es sind jetzt zwei Fragen. Wann kamen die Zweifel und wann wollte ich mich äußern? Wann haben Sie zum ersten Mal gesagt, hm? Also bei mir war es so, dass ich auch an anderen Arbeiten war, eigentlich ähnlich wie bei Herrn Bröck. Ich habe eigentlich zur Kubakrise gearbeitet als Historiker. Ich war in Basel an der Universität und habe den verdeckten Krieg der USA gegen Kuba untersucht. Also der amerikanische Imperialismus war mein Thema. Das habe ich untersucht. Und dann habe ich herausgefunden, dass es eben eine Operation gab vom CIA, um Fidel Castro zu stürzen. 1961, die Schweinebucht-Invasion. Das fand ich sehr spannend. Ich habe da die Details recherchiert. Das ist auch die Quellenlage ziemlich gut. Man findet viel Material. Und dann habe ich auch herausgefunden, dass es eine Operation Northwoods gab, wo man eben vorgeschlagen hat von amerikanischer Seite, ein Schiff in die Luft zu sprengen, das Fidel Castro anzuhängen und eigentlich dann auch Flugzeuge von… Ja, das kommt mir natürlich jetzt in… Das ist das Setting, um mal über Operation Northwoods zu sprechen. Man hat wirklich… Ich habe die Dokumente gelesen. Die Pentagon-Generäle haben vorgeschlagen, wir nehmen ein Flugzeug, bringen es in die Luft, ersetzen es in der Luft mit einer Drohne, sprengen dann das in der Luft, also die Drohne und da ist dann niemand mehr drin, sagen aber der Bevölkerung, Fidel Castro hat ein Flugzeug mit zivilen Passagieren abgeschossen etc. Das heisst, ich war mittendrin in dieser Forschung. Ich habe dann auch gesehen, dass Kennedy diese Operation Northwoods gestoppt hat. Die wurde also nicht ausgeführt. Und dann habe ich mit amerikanischen Kollegen, eben auch jetzt kritischen Kollegen, Kontakt aufgenommen, darunter Noam Chomsky und habe auch gefragt, oder William Bloom, habe gefragt, gab es denn auch in Europa so abgefahrene Sachen? Weil ich hörte immer über Nicaragua, über Chile, über Iran, über Vietnam, weil ich wollte eine Doktorarbeit schreiben. Und dann haben die gesagt, untersuch Operation Gladio. Und dann habe ich also 1999 angefangen, Operation Gladio und Terrorismus in Europa zu untersuchen. Bei der Kriegsführung? Genau. Und dann haben viele Kollegen, ich war dann in London, an der London School of Economics and Political Science, und haben die Kollegen, wenn man so, man ist noch nicht 30, und die anderen, die auch an einer Doktorarbeit sind, fragen sie, was machst du denn? Und ich habe gesagt, Terrorismus. Und da habe ich gesagt, ah, das ist ein totaler Ladenhüter. Ja, das ist super langweilig. Warum machst du das? Warum machst du nicht Globalisierung? Das ist jetzt das Thema. Und ich habe gesagt, du, ich habe mir da gar nicht überlegt, ob das jetzt aktuell ist oder nicht. Ich habe einfach herausgefunden, dass es hier ein Gebiet gibt, dass es eine Art der Geheimarmeen gab im Kalten Krieg, die eben in Terroranschläge verwickelt sind, über rechtsextreme Gruppen und Militärgeheimdienste, also Force Flag Terrorism, Strategie der Spannung. Und dann musste ich meine Doktorarbeit abgeben, die habe ich dann abgegeben, 2001. Und in der Schweiz ist das so, wenn sie die Arbeit abgegeben haben, müssen sie danach noch zu einer mündlichen Prüfung, das heisst rigorosum. Das ist bei uns auch so. Das heisst das hier, gut. Und dann war halt am 27. September 2001 war mein rigorosum. Das heisst, ich war eigentlich am Vorbereiten, meine Doktorarbeit über Staatsterrorismus, verdeckte Kriegsführung zu verteidigen. Und dann hat mich auch jemand angerufen. Also ich war in Basel. Ein Freund hat mich angerufen und gesagt, Daniela, du untersuchst doch Terrorismus. Das ist eine grosse Nummer, das musst du anschauen. Dann habe ich auch ab dem 11. September 2001 das sehr genau untersucht, weil ich habe gedacht, ich werde dann am 27. September geprüft. Und dann wird sicher gefragt, wie beurteilen sie die aktuellen Ereignisse. Das habe ich erwartet. Habe also archiviert, habe angestrichen, habe alles gelesen, habe Ordner eröffnet, Register und so, wie man das macht, das Historik. Einfach Papier sammeln und mit Leuchtstift alles ankreuzen. Und war dann total enttäuscht, dass ich bei der Prüfung nicht gefragt wurde. Also man hat überhaupt nicht über 9-11 gefragt, sondern nur über NATO-Geheim-Armin. War für mich dann auch okay, weil ich noch nicht genau wusste, wie ich mich positionieren soll, ob das False Flag ist, ob das Real Terror ist. Also ich wusste es auch nicht genau. Und das heisst, das Interesse war von Anfang an da. Ich habe immer Daten gesammelt. Aber war damals schon der Zweifel, dass da was nicht stimmt? Ja, der Zweifel war natürlich da, weil ich hatte ja, ich meine, Operation Gladio, wer diese Daten überhaupt erst studiert, der wird niemals bei jedem Terroranschlag einfach sagen, ich lese die Zeitung und dann bin ich informiert. Das war ja, ich meine, das ist das Handwerk, das wir jetzt alle kennen, dass das ja eigentlich ein Versuch ist, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Also ich hatte Terroranschläge untersucht, die halt 10, 15 Jahre ungeklärt waren und wo man dann später nachweisen konnte, die ersten Meldungen in den Zeitungen waren falsch, waren gelogen. Und also die Zweifel waren da, aber dieser zweite Teil der Frage, wo Sie sagen, wann haben Sie sich geäußert, da habe ich dann gewartet bis 2006. Bis zum, also da kam noch der Commission Report, da war es dann völlig klar, dass einiges nicht so ganz im... Also ich war ja dann 2001, wurde ich promoviert, dann war ich Doktor, dann war ich ein junger Doktor an der Universität Basel und dann habe ich zuerst in einem Think Tank gearbeitet in Zürich und dann habe ich die Studenten unterrichtet in Basel und an der Universität Zürich. Dann habe ich ein Seminar gemacht zu den Terroranschlägen vom 11. September, haben wir Michael Rupert Crossing the Rubicon gelesen, wir haben gelesen den 9-11-Commission Report, der kam 2004 raus und dann haben wir halt mit den Studenten diskutiert über WTC7, das war sehr bald die Diskussion und es ging richtig, die Wogen gingen hoch. Und dann kam auch ein Anruf? Dann kam ein Anruf von einer Schweizer Zeitung, ob ich dazu etwas publiziere und dann habe ich zuerst gesagt, nein. Und dann habe ich noch ein Jahr gewartet, weil ich wusste das nicht so genau, aber eigentlich im Rückblick hatte ich den richtigen Riecher, ich habe gewusst, es würde Probleme geben. Hat es gegeben? Der Job gehe dann, Feierabend. Es war dann so, dass dieser Journalist immer wieder gesagt hat, das wäre interessant, Sie bekommen eine ganze Seite, Tagesanzeige ist hier in Deutschland vielleicht nicht bekannt, aber in der Schweiz ist das eine Zeitung, die viel gelesen wird. Und ich habe gesagt, Hintergrund, ich brauche schon ein bisschen Platz. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht 2005 zum Jahrestag. Und dann hat er wieder gefragt, dann habe ich gesagt, ja, ich bin noch nicht ganz sicher. Die Historiker haben ja Zeit. Also so ein Jahr früher oder später war für mich jetzt nicht so dringend. Und dann 2006 habe ich dann Hintergrundgespräche geführt mit Baustatikern an der ETH Zürich, Jörg Schneider und Hugo Bachmann. Und die haben mir halt gesagt, WTC7 wurde mit großer Wahrscheinlichkeit gesprengt. Und dann, ich kann mich erinnern an dieses Gespräch, wir saßen in Zürich, die ETH, das muss man sich vorstellen, das ist eine der führenden Universitäten der Schweiz. Elite. Elite. Wir waren alle überzeugt, dass wir richtig gut informiert sind. Und dann haben diese zwei Professoren gesagt, das habe ich noch gar nie gehört. Das habe ich noch nie gehört, dass da ein drittes Gebäude runterging, das eben nicht von einem Flugzeug getroffen wurde. Und da war mir dann auch klar, also wenn in der besten Universität der Schweiz die führenden Professoren das nicht wissen, dann besteht Kommunikationsbedarf, dann muss ich das publizieren, dass einfach auch in der akademischen Gesellschaft das diskutiert wird. Und dann habe ich halt gesagt, ist das für Sie okay, wenn ich Sie zitiere? Und dann haben Sie gesagt, ja, dann schreiben Sie einfach, wurde mit großer Wahrscheinlichkeit fachgerecht gesprengt. Also wir haben diesen einschränkenden Terminus mit großer Wahrscheinlichkeit eingefügt, aber es war halt klar, dass da kein Flieger rein ist. Und das Gespräch war halt interessant, weil ich habe gesagt, eigentlich haben wir keine Sprengung bei 9-11. Und dann haben die mich angeschaut und gesagt, Sie sind der Historiker, das ist Ihr Problem. Wir sind Baustatiker. Und die haben einfach gesagt, die Symmetrie bei WTC7, das ist... Und dann habe ich das publiziert und dann haben riesige Probleme angefangen. Sie sagen ja auch heute in den Vorträgen, das zeigt, da muss man sich entscheiden, Weltbild, Feuer oder Sprengung. Genau. Und wenn man eben sagt Sprengung, dann kriegt man viele fragende Gesichter. Schon wenn man die Frage stellt. Also ich bin bis heute der Meinung, jeder soll sich da selber ein Bild machen. Ja, ich sage nicht, es ist Feuer oder es ist Sprengung. Ich sage einfach, die meisten Experten, mit denen ich gesprochen habe, wirklich unabhängige Personen, kluge Personen, gebildete Personen, die sagen, die Sprengungsthese ist viel wahrscheinlicher. Wenn man sich das Schadensbild anguckt, pulverisiert, dass Stahlträger dann sauber zu Schnitten unten liegen und so weiter, da brauchen wir gar nicht ins Detail gehen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es Feuer war. Und das Problem, was ja später FEMA und NIST hatte, ist, Sie haben eine Theorie aufgestellt, da mussten dann die Daten so hinbiegen, dass es irgendwie dazu passt. Aber ich denke, dass der KNFM-User sich damit eingehend beschäftigt hat. Vielen Dank für den persönlichen Einblick. Herr Davidson, Sie haben ein aktuelles Buch hier auf dem Tisch liegen, Psychologische Kriegsführung und gesellschaftliche Leugnung. Ich glaube, was wir zum ersten Mal hier auch erleben ist, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, dass dieser Terroranschlag und was er bei uns anrichtet und die Gesellschaft auch gespaltet hat, und zwar global gespaltet, dass der ja so nicht möglich gewesen wäre, ohne die Live-Übertragung in den Massenmedien. Ich glaube, das ist einmalig. Und ich erinnere mich noch an das Gespräch, was Sie geführt haben, wo Sie mir sagen, und das ist einfach bestechend, wir wussten letztendlich 48 Stunden oder eine Woche später mehr über den Untergang der Titanic bei Nacht auf dem Atlantik, als wir 17 Jahre später über den 11. September wissen dürfen. Dabei wurde es zur Primetime Live im Fernsehen übertragen. 16 Jahre später. 16 Jahre später. Und das ist schon, das hat mit psychologischer Kriegsführung zu tun. Wann kamen bei Ihnen denn die Zweifel, irgendwas ist nicht in Ordnung? Also ich glaubte an die These von Osama Bin Laden über ein Jahr. Das hat mich nicht besonders, sagen wir eher, überrascht. Ich habe gesagt, ja, die Amerikaner haben so viel gemacht gegen die arabische Bevölkerung und die Muslime. Und dann haben Muslime sich eben gewehrt und haben einen wirklichen Schlag gegen Amerika. Ich habe mich wirklich nicht mit dieser Sache beschäftigt. Sie haben es als Rache abgebucht, war für Sie schlüssig. Ja, genau. Und dann hat mir ein Freund ein Jahr später ein Buch von Métier Rémesson geliehen. Das habe ich dann gelesen und habe gesagt, das ist unglaublich, was er da schreibt. Aber der Métier Rémesson hat also Fußnoten, also mit Quellenangaben. New York Times, Washington Post. Also ich bin ein Skeptiker und da bin ich einfach auf diese Quellen hingegangen und habe gesagt, stimmt, was er schreibt? Ja, stimmt alles. Ich habe da so Stichproben genommen vom Buch und das stimmte alles. Da habe ich gesagt, das ist sehr, sehr dubios. Und dann fing ich alles selbst zu recherchieren und bin darauf zehn Jahre fast volltätig geblieben. Sie haben sich richtig in das Thema eingegraben. Absolut, ja. Und eine der ersten Fragen, die ich gestellt habe, ist, wie haben die amerikanischen Behörden ihre These begründet, dass es 19 Entführer gewesen sind? Was sind die Beweise dafür? Ich habe mich also nicht mit den Gebäuden so viel beschäftigt, sondern mit der Frage, wie wurde die Beweisführung wegen der Entführer. Und ich habe dann gesucht und gesucht und gesucht. Ich habe alles durchgekämmt, was ich durchkämmen konnte und keine Beweise gefunden. Nach zehn Jahren Recherche komme ich zur Schlussfolgerung. Es gibt nicht den geringsten Beweis, dass Muslime oder Islamisten da überhaupt tätig gewesen sind. Es gibt bis heute keine beglaubigten Passagierlisten. Nicht nur das, nicht nur das. Es gibt weder beglaubliche Passagierlisten, es gibt auch keine beglaublichen Sicherheitsvideos. Es gibt keine Zeugen, die gesagt haben, wir haben die Leute in den Flugzeugen einsteigen gesehen. Und es gibt auch keine Identifizierung der Leichen. Das heißt, wir haben es mit Phantomen zu tun. Und wenn jemand auf Phantomen, also ich bin kein großer Verehrer von Phantomen und als Wissenschaftler gar nicht. Ich denke nicht, dass Phantomen zum Beispiel Flugzeuge fahren können. Also Piloten, also Phantomen sind natürlich schöne Geschichten, aber die haben mit Wissenschaft oder mit Strafrecht überhaupt nichts zu tun. Und diese Frage, dass es überhaupt keine Beweise ist, ist bis heute, es steht also auf dem Blatt, es ist bewiesen, dass es keine Beweise sind. Und jeder Journalist oder Autor, der sich nur wagt, der sich nur wagt, Muslime mit dem 11. September zusammenzubringen, hat es mit mir zu tun, persönlich, weil der lügt und verführt die Bevölkerung. Also er hat wirklich mit mir zu tun. Ich beklage diese Leute als Lügner und als Volkstäuscher. die Leute, die das sagen. Sie haben sich ja persönlich an 130 Journalisten gewandt und haben gesagt, Sie beschuldigen dauernd den Mohammed Atta. Können Sie da mal einen Beweis dafür bringen, dass er in der Maschine war? Sie haben auch eine Antwort bekommen von der Kollegin von der Süddeutschen Zeitung. Genau. Also ich habe 130 Journalisten geschrieben. Sie haben also Mohammed Atta beschuldigt als Terrorist, als Todespilot, als Mörder und so weiter und so fort. Und ich habe die Zitate und dann habe ich an diese Journalisten geschrieben, haben Sie vielleicht Ihre Befunde zurückgegangen, also Sie haben vielleicht Ihre Meinung geändert oder werden Sie das belegen können? Also ich werde Ihnen ein Buch, das ich jetzt publiziere, Ihren Namen anführen, wenn Sie das weiter bestätigen, dass Sie das glauben oder Mohammed Atta beschuldigen, ohne jegliche Beweise. Üble Nachrichte, würde man ja eigentlich üble Nachrede und auch eine Verletzung des Journalistenkodex des Deutschen. Und von diesen 130 Journalisten bekam ich eine Antwort von einer Frau, die heißt Sonja Terzi, wenn ich mich gut erinnere. Und sie sagte, ja, sie hat mit solchen Verschwörungstheorien nichts auf den Bock. Also sie hat mich einfach so nicht ernst genommen. Da habe ich also ihren Brief auch publiziert. und so ist es so, dass alle diese Journalisten, die haben sich nicht gewagt, ein Gerichtsverfahren gegen mich zu stellen. Die haben sich nicht gewagt zu wehren. Und insofern denke ich, dass die Aufklärer von 11. September heute eine Möglichkeit haben, wirklich auf die Offensive zu gehen und nicht nur defensiv zu sagen, ich habe eine alternative Theorie. Nein, wir haben keine Alternative. Wir haben das Richtige und zwar, das gibt keine Beweise. und die anderen Leute, die das sagen, sie haben überhaupt nichts dafür. Sie müssen die Beweise bringen, wenn sie das weiter behaupten. Genau, das ist also meine Position heute. Ihr Buch auch ganz wichtig, Sie sind jetzt nicht jemand, der heimlich in Archive eingedrungen ist, sondern alle Quellen sind öffentlich. Man kann sich selbst ein Bild davon machen. Genau, also Quellen nicht nur öffentlich, sondern die sind auch auf meine eigene Webseite gepostet. Das heißt, alle Artikel, die ich jetzt zitiere, sind also als PDF auf meine eigene Webseite. Das heißt, jeder, der mein Buch liest, kann also die Quellen sofort nachlesen, nachprüfen, ob was ich sage richtig oder falsch ist. Herr Schreyer, wann fing bei Ihnen an, der Zweifel so dick zu werden, dass Sie gesagt haben, ich mache mal was drüber? Haben Sie das auch ein Jahr lang geglaubt oder noch länger? Nee, das ging etwas schneller und zwar angeregt durch die Lektüre eines Kollegen hier in der Runde. Matthias, ich war einer der Leser seiner ersten Artikel auf Telepolis und ich habe quasi, irgendjemand hat mich darauf hingewiesen, das muss Mitte Oktober gewesen sein, da habe ich diese Reihe entdeckt, habe die dann verschlungen. Ja, und das war für mich der Einstieg, mich damit zu befassen und das wurde dann auch sehr intensiv. Ich habe sehr viel gelesen und irgendwann hatte ich so viel Wissen angesammelt zu dem Thema, das ich anfing und dachte, ich muss selber dazu schreiben und auf diesem Weg bin ich eigentlich in den Beruf des Journalismus gekommen. weil wir jetzt auch über die Wirkung gesprochen haben, dass man eben dann das persönlich nimmt und dann Leute schreibt und auch eine Antwort bekommt, die man auch wieder persönlich nimmt, weil sie einen verhöhnt. Was hat es denn mit Ihrem Umfeld, Ihrem Freundeskreis gemacht, als Sie sie gefragt wurden, was machen Sie denn da gerade, ja ich schreibe über den 11. September, ich bereite mich vor, ich recherchiere, da haben alle gesagt, das ist ja toll oder wie war das? Na das war ganz gespalten, also da gab es zum einen natürlich Leute, die auch skeptisch sind, die auch einen wachen Geist haben, die gesagt haben, oh interessant, zeig mal, was hast du denn da, was kannst du denn da empfehlen, ich habe auch schon was gehört oder habe ich ja noch nie von gehört, aber erzähl doch mal. Und es gab aber auch ganz viele Leute, die gesagt haben, sofort abgewehrt haben, gesagt haben, davon will ich nichts wissen, das ist doch Spinnerei und das ist doch erwiesen, das sind alles Spinner. Also es war dann so eine Schublade bei vielen, die damit verbunden war. Jeder, der sich kritisch mit diesem Anschlag auseinandergesetzt hat, war für viele Menschen von vornherein ein Spinner. Das habe ich dann sehr schnell bemerkt. Wenn Sie rückblickend das beurteilen, dass Sie es ja trotzdem getan haben, würden Sie das noch mal tun oder haben Sie einen zu hohen Preis dafür bezahlt? Das würde ich auf jeden Fall noch mal tun und ich kann es auch nur jedem empfehlen, denn es ist eigentlich keine Wahl, die man hat. Es ist ja wirklich, es ist ja ein Erkenntnisprozess. Also man erfährt neue Informationen, überprüft die nach seinen eigenen Möglichkeiten und wenn man zu der Ansicht kommt, dass diese Informationen zutreffend sind und die anderen Argumente, die andere Sichtweise mit ihren Argumenten nicht so überzeugend ist, dann hat man doch keine Wahl, außer man bewegt sich rückwärts im Erkenntnisprozess. Das kann ja eigentlich niemand ernsthaft wollen. Was war denn für Sie an diesem Thema eigentlich so reizvoll? Ich hätte ja auch andere Themen geben können, mit denen Sie da raus machen. Warum gerade das? Das ist der Kontrast. Waren Sie naiv? Dachten, das interessiert die Leute bestimmt, alle sprechen ja drüber. Es ist einfach der Kontrast zwischen der öffentlichen Meinung, die es dazu gibt, zwischen den Artikeln, die veröffentlicht werden, zwischen den Meinungen, die in den Medien verbreitet werden und dem, was man dann in alternativen Medien gelesen hat. Der Kontrast ist einfach so groß und das Ereignis von solcher Wichtigkeit, das eigentlich sonnenklar ist, da muss man irgendwie sich an einer Aufklärung beteiligen. Das ist einfach zu wichtig, die Sache. Das ist genau bei mir dasselbe gewesen, mit dem Kontrast. Auch an Sie die Frage, Herr Ganser, würden Sie das heute nochmal machen oder sagen Sie, das hat mich schon die ein oder andere Freundschaft gekostet? Gab es also jetzt, Sie haben es ja... Ja, das hat mich schon einiges gekostet, aber das würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Also ich denke, man hat ja als Mensch eigentlich die Wahl, entweder mutig zu sein im Leben oder eben nicht. Und ich finde, das ist eine grundsätzliche Wahl, die jeder hat. Und bei mir war es dann schon auch so, dass die Ängste kamen. Also das war so. Also am Anfang, wenn man natürlich Analytiker ist, sieht man schon, das ist jetzt keine populäre Position, wenn man sagt, 9-11 muss neu untersucht. Das ist ja ABC in der Analyse. Man sieht, die anderen denken, alles ist geklärt und man selber hat Fragen. Und bei mir war es halt so, nachdem ich dann 2006 diesen Artikel publiziert habe, da habe ich den Titel gewählt, der bitterte Streit über 9-11. Ich habe einfach gesagt, bei WTC 7 ist kein Flieger rein, wir müssen das neu untersuchen, weil ja nach offizieller Erzählung der Einsturz durch die Flieger verursacht wurde. Da fehlt ja eigentlich die Kausalität. Also das kann es ja nicht sein. Und dann habe ich noch gemerkt, dass BBC 20 Minuten zu früh über den Einsturz von WTC 7 berichtet hat. Da kam einfach dieses Gefühl rauf, wo ich dachte, das kann ja nicht sein. Und dann habe ich das publiziert und dann hat gleich die amerikanische Botschaft in der Schweiz interveniert. Und dann haben die also nicht an der ETH Zürich angerufen, wo ich angestellt war, sondern die haben halt auch in den Schweizer Medien, der Ball wird ja eigentlich immer über die Medien gespielt, die kommen nicht nach Hause und klingen, hallo, ich bin die Botschafterin, sondern wird dann in den Medien eigentlich von der gleichen Verlagsgruppe, das ist TH Medien, die haben mir die Plattform gegeben, um 9-11 zu hinterfragen und dann der amerikanischen Botschaft die Plattform gegeben, um mich anzugreifen. Für die ist das Spektakel, für mich war das natürlich existenziell und die haben mich angegriffen und gesagt, das sind Verschwörungstheoretiker, die dann 9-11 hinterfragen. Es war noch Professor Albert Stahel in der Schweiz, der an der Militärakademie unterrichtet, der das auch hinterfragt hat. Dann wurden wir beide angegriffen und dann wurde es existenziell, wo ich mich dann auch frage, wie jetzt ihr das alles erlebt habt. Also man hat dann schon diesen Moment, wo man merkt, man hat Angst. Ich ging dann nach Hause, hat meiner Frau gesagt, es kann sein, dass mein Vertrag nicht verlängert wird an der ETH Zürich, weil halt intern dann sehr viel gesprochen wurde an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik, weil es halt auch nicht all Tage vorkommt, dass die amerikanische Botschaft einen Forscher angreift. Ich hatte ein Gehalt von 10.000 Euro pro Monat. Ich war ganz oben drin. Wir waren die führende Uni. Es war wie, warum jetzt WTC7 mein Leben kreuzt, war wie eine schlechte Situation. Können Sie mir das Gefühl beschreiben, wie das war? Ich habe sowas ja auch mal erlebt. Genau. Da gab es einen Anruf. Aber wie war das bei Ihnen? Bei mir war das Gefühl so, dass eigentlich der Leiter der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik mir gesagt hat, du solltest das Thema besser lassen. Haben Sie da jemals darüber nachgedacht? Ganz kurz? Gab es sowas wie Zweifel? Lohnt sich das? Und was hat Sie dann dazu gebracht, das nicht zu tun, sondern erst recht? Nein, es war so, es war so, dass ich mich geärgert habe, dass er mir so etwas wie ein Forschungsverbot auflegt. Also das ist etwas, was ich nie möchte. Ich denke, die Jugend, auch heute, muss unbedingt frei sein in der Forschung. Ich finde auch, die Universitäten müssen unbedingt frei sein in dem, was sie untersuchen. Und wenn es nicht mehr möglich ist, 9-11 kritisch zu untersuchen, dann ist es dann nicht mehr weit bis zu den Büchern verbrennen. Das möchte ich einfach an dieser Stelle sagen. Und dann ist es aber das, dass man eigentlich als Forscher, gerade wenn man neugierig ist und ich denke, das verbindet uns hier alle in der Runde, wir sind neugierig, wir wollen die Zusammenhänge erkennen, dass dann natürlich noch ein zweiter Prozess reinkommt, dass man auch eine gesellschaftliche Rolle hat. Und ich bin im 2006 das erste Mal Vater geworden. Meine Tochter Julia ist damals geboren worden und dann war ich hin und her gerissen. Weil einerseits wollte ich meine Familie schützen, ich wollte halt jetzt nicht gerade jetzt das erste Mal Vater, alle haben noch gratuliert und irgendwie Geschenke gebracht und da war eigentlich das, das Thema. Und dann kommt noch 9-11 als Thema und das hat eigentlich nicht gepasst und dann habe ich halt meine Frau gefragt, ob das denn jetzt einfach zu viel ist. Zu viel für uns als kleine Familie. Und dann hat sie mir sehr den Rücken gestärkt und hat sie gesagt, ja bist du denn sicher, dass dieses dritte Gebäude zusammengestürzt ist? Und dann habe ich gesagt, ja, also das habe ich genau recherchiert. Da war ich ja völlig sicher. Da hatte ich nicht den Hauch eines Zweifels. Dann hat sie gesagt, ja wie hast du es recherchiert? Dann habe ich gesagt, ja ich habe die führenden zwei Baustatiker in der Schweiz getroffen. Ich habe nicht irgendjemanden in der Straße gefragt, Herr Müller, was denken denn Sie? Sondern ich bin ja Historiker, ich sammle Quellen und das waren die besten Männer. Und die haben mir gesagt, mit größter Wahrscheinlichkeit gesprengt. Und dann hat meine Frau heute gesagt, aber dann ist es ja sehr traurig, dass die Universität dich jetzt unterdrückt. Dann habe ich gesagt, das ist super traurig. Haben Sie etwas über Loyalität gelernt? Hat sich da was verändert bei Ihnen? Also hätten Sie damit gerechnet, dass man das überhaupt in Frage stellt? Ich hätte eben, da bin ich vielleicht naiv gewesen, ich hätte eben gedacht, an der Universität in der Schweiz kann das untersucht werden. Dass die Amerikaner intervenieren, hat mich jetzt nicht so überrascht. Ja, die wollen es ja nicht hören. Aber die Schweizer, sagt man doch, ist so vielleicht ein unabhängiges Volk. Und wenn dann jemand etwas herausfindet, aber so war es nicht. Weil es war eher so, intern hat man mir gesagt, du solltest das nicht untersuchen, weil sonst bekommt die Schweiz Probleme. Das war die erste Durchsage. Da habe ich gesagt, das denke ich nicht. Und dann fiel das dem Bankgeheimnis, das haben wir Ihnen zu verdanken. Die zweite Durchsage war, dann bekommst du Probleme, dann wirst du nicht Professor. Und ich war halt im Rang Doktor und wenn man dann die Position erhöhen will. Und dann habe ich halt meine Frau gefragt, ob sie da bereit ist, mit mir diesen Weg zu gehen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich denke, es ist wichtig, wenn du dich jetzt da verbiegst, bekommst du den Rücken nie mehr gerade. Und dann ging das schon ins ganz Persönliche rein. Ich habe ja dann gesagt, dann wird vielleicht meine Stelle gekündigt. Ich möchte hier auf die Folgen abheben, das Schweizer Bankgeheimnis gibt es ja so nicht mehr. Und das hat mit dem 11. September zu tun und mit dieser ganzen Transparenz, die von Leuten gefordert werden, die selbst voll intransparent arbeiten. Lassen Sie uns in der Runde mal über das sprechen, was sich seither verändert hat. Ich möchte bei diesem Fakten anfangen, dass die BBC 20 Minuten zu früh darüber berichtet. Aber schon im Vorfeld wurden ja die Feuerwehrleute bei WTC 7 abgezogen. Das ging schon durch andere Medien, aber nur so per Radio. Man munkelt, das könnte zusammenstürzen. Aber hier wird eben 20 Minuten zu früh en Detail berichtet. Und wenn man eben den Menschen mit diesen Fakten kommen muss, muss man sich trotzdem irgendetwas anhören. Herr Bröckers, hätten Sie damit gerechnet, dass wir heute es mit einer Welt zu tun haben, wo wir den War on Terror so weit ausgedehnt haben, dass wir Big Data haben, dass wir die Flugdaten einsehen können, dass wir Behörden haben, die immer mehr zum Reich sichererhauptamt werden, dass wir immer mehr Überwachung haben in Form dieser Sicherheit. Können Sie die Folgen beschreiben, die wir heute haben, was sich von heute und zu damals unterscheidet? Naja, heute ist es so, oder seit 16 Jahren ist es so, dass man als Politiker eigentlich nur dieses Codewort 9-11 in den Raum werfen muss und dann Gesetze auf den Weg bringt oder überhaupt politische Aktivitäten auf den Weg bringen kann, die ohne 9-11 überhaupt nicht vorstellbar wären. Ich meine, jetzt gerade demnächst, ich glaube nächste Woche muss Trump in den USA wieder dieses Gesetz über den Ausnahmezustand unterschreiben, was seit 16 Jahren jedes Jahr verlängert wird, wegen 9-11. Das bedeutet, in Amerika nennt sich das Continuity of Government, das heißt irgendeine Art Notstandsregierung oder Notstandsaktivisten, Leute, die im Falle von Not aktiv werden, die normalerweise nicht am Start sind, die sind weiter aktiv, wir haben es ja in der Anmoderation schon kurz erwähnt, Deep State sozusagen, das ist diese Continuity of Government, die jetzt seit 16 Jahren in Amerika läuft, in vielen anderen Ländern, Frankreich hat auch noch Notstandsgesetze, ich weiß jetzt gar nicht aktuell, wie es in Deutschland ist, ob wir sowas hier auch haben. Aber es gibt den Otto-Chili-Katalog, der ja... Ja, und genau, diese ganzen Dinge, einschließlich dieser massiven Überwachung durch NSA, dass sogar das Handy von der Kanzlerin abgehört werden kann, aus Amerika, und ja, man guckt mit der Zulter, das ist irgendwie selbstverständlich, also alle diese Dinge, die normal sind mittlerweile, wären ohne 9-11 überhaupt nicht vorstellbar, da gibt es also auch im Parlament und nicht nur von so ein paar linken Parteien, sondern auch von klassischen Konservativen und so, sag mal, das könnt ihr doch nicht machen. Post- und Briefgeheimnis, also sind ja Basisgesetze sozusagen der Demokratie, die vor 250 Jahren erfunden wurde, da hat man auch das Post- und Briefgeheimnis fixiert, oder da hat man die, ja, bürgerliche Freiheiten definiert, die Schritt für Schritt für Schritt, jetzt sollen überall Video, jetzt dann digitale Gesichtserkennung, also der gesamte Überwachungskomplex ist massiv durch 9-11 ausgebaut worden und das wäre ohne das überhaupt nicht denkbar und vorstellbar gewesen, jedenfalls nicht in dieser Form. Gerade als ich hierher kam, höre ich im Autoradio, es gab eine Umfrage, 70% der Deutschen fürchten sich vor Terrorismus, voriges Jahr waren es aber noch 72%. Und dann frage ich mich, ja, was hatten wir? Wir hatten diesen Anschlag hier auf den Weihnachtsmarkt. Was hatten wir denn? Jetzt war gerade wieder Jubiläum, deutscher Herbst, 40 Jahre RAF. Okay, an diesen Terrorismus erinnere ich mich noch sehr gut. Das war aber im Vergleich zu dem, was wir heute erleben und auch wie der Staat damals überreagiert hat. Ja, war die RAF ja eine Art Räuber-Hotzen-Plotz-Trauer-Gruppe. Also das war wirklich harmlos verglichen mit dem, was wir heute erleben. Und die Reaktionen des Staates auf diese Anschläge, der RAF damals, die waren auch vergleichsweise harmlos mit dem, was wir heute nach 9-11 und nach diesen Dingern erleben. Und ich wundere mich in der letzten Zeit oft, wenn ich die Nachrichten mal höre oder schaue oder in der Zeitung lese, meistens aber im Fernsehen, das ist ja immer noch das Leitmedium, da wird dann berichtet, dass irgendwo in London oder in irgendeiner anderen Stadt irgendein Irrer mit einem Messer zwei Leute erstochen hat oder mit dem Auto in eine Fußgängergruppe reingefahren ist. Das läuft mittlerweile unter Terror. Also wenn in London irgendein Verrückter mit einem Hackebeil in die Fußgängerzone rennt, das wäre normalerweise keine Meldung hier. Sowas passiert ja dauernd. Und das läuft jetzt heute alles unter Terrorismus. Und ich habe so das Gefühl, das ist so eine, ich habe es mal genannt, Church of Fear, also Kirche der Angst. Es wird uns jeden zweiten Tag, muss irgendwas Schreckliches gezeigt werden. Selbst wenn beim Nachdenken man denkt, naja, okay, da ist irgendein Irrer in eine Menschenmenge gefahren und es sind drei Leute tot. Es sterben in Deutschland jeden Tag zehn Menschen im Straßenverkehr. Also das ist jetzt keine Meldung unbedingt für die Tagesschau, wenn das in London passiert oder in Paris oder sonst wo. Also so wird mit dem Terror Sensationen und letztlich Geschäft gemacht. Und das dient insgesamt eben diese ganze Überwachungskontroll, Big Brother Schraube immer weiter zuzudrehen. Also Angst als Mittel um immer den immer größeren Abbau von Demokratie. Von Freiheitsrechten. Vorübergehend, wissen wir, dass das vor allem sehr lange dauert, einfach mal, dass man das nicht mehr argumentieren muss. Warum, haben Sie, Herr Schreyer, warum wird das von der Bevölkerung, gerade von der deutschen Bevölkerung doch mit der deutschen Geschichte im Hintergrund, wissen wir doch genau, wohin das führt. Warum wird das hingenommen? Wir müssten ja nur ins Archiv gehen. Ja, richtig. Es gibt so eine gewisse Lethargie. Man lässt das so über sich rüberprasseln. Ich merke es ja selber auch. Wenn ich die Nachrichten schaue, also ich schaue inzwischen kein Fernsehen mehr, aber wenn ich mir in der Mediathek mal alle 14 Tage mal die Tagesschau zu Gemüte führe, dann sehe ich es auch und es kommt so eine Terrormeldung. Man nimmt das so hin und denkt, oh Gott, jetzt nicht schon wieder und wie oft denn noch. Und jedes Mal wird einen Ausweis hinterlassen, wenn es sich um einen islamistischen Terroranschlag, der immer aus Kryptonit besteht. Es gibt jetzt Ausweis für Terroristen. Ja. Es wurde ja wirklich, man muss das schon erinnern, man sagt, nach 9-11, man habe einen Ausweis gefunden von einem Terroristen. Man muss das nochmal, einfach für mich als Historiker, was da für eine Geschichte gebracht haben, ein Terrorist sei im Flugzeug gesessen, das Flugzeug sei in die Twin Towers gedonnert, das Gebäude hat sich völlig pulverisiert, es gibt keine Stühle, keine Computer, keine Turbinen, gar nichts, Datenschreiben hat man nicht gefunden, aber den Pass des Terroristen, ich wollte nicht, aber das ist die Geschichte, das hat man so erzählt. Und es wurde ja nicht nur ein Ausweis gefunden, sondern an drei Tatorten am 11. September wurden Papiere, Originalpapiere gefunden, das wissen die auch nicht. Und das ist auch interessant, das ist auch nicht so bekannt, das FBI hat ja unmittelbar nach den Anschlägen ermittelt, das hat ja nicht erst die 9-11-Commission ermittelt nach drei Jahren, sondern das FBI hat selbstverständlich unmittelbar in den Tagen und Wochen nach den Anschlägen intensivst ermittelt. Damals hat Seymour Hersh, das ist ja einer der angesehensten Journalisten in den USA, im Oktober 2001 einen großen Artikel veröffentlicht in New Yorker über diese Ermittlungen, der hat also seine Quellen beim FBI gehabt und die haben ihm gesagt, damals diese Spuren, die wir hier alle finden, dieser Koffer, was du erwähnt hast, diese Ausweise, natürlich uns hier beim FBI, sagen die Leute, ist doch sonnenklar, dass das gelegte Spuren sind, dass hier die Ermittler auf eine Spur gesetzt werden sollen, das sehen wir doch auch, hat Hersh damals geschrieben. Also die Ermittler waren ja auch nicht blöd damals. Nur es wurde eben in einer gewissen Stelle wurde eben nicht weiter ermittelt. Und klar, nach so langer Zeit, es ist ein bisschen müßig, sich in so vielen Fakten und Details zu verlieren. Viele kennen es auch schon, aber eine Sache möchte ich doch mal bringen, abgesehen von dieser Turmsprengung bei Gebäude 7, der These dieser Sprengung, die ja wirklich sehr überzeugend ist, gibt es eine andere Sache, die weniger Aufmerksamkeit erfährt, die aber auch ziemlich gut belegt ist und das ist die Börsenspekulation unmittelbar vor den Anschlägen. In der Woche vor den Anschlägen hat es eine ganze Reihe von Spekulationen an der Börse auf Unternehmensaktien gegeben, die beeinträchtigt waren. Die Fluggesellschaften, die Versicherungskonzerne, Banken, die auch in Mitleidenschaft gezogen wurden, weil sie Mieter in den großen Türmen waren. Das wurde auch untersucht von der Börsenaufsicht in den USA. Diese Ermittlungen sind aber geheim gehalten worden, sind abgebogen worden und erst Jahre später hat jetzt aus der Schweiz wieder mal ein guter Mann, Professor Mark Chesney, ist der Leiter des Instituts für Banking und Finance an der Universität Zürich, hat eine Untersuchung gemacht zu diesen Spekulationen in Bezug auf 9. und er ist im Jahr 2015, also gerade mal vor zwei Jahren, in einem Fachzeitschrift veröffentlichten Artikel zu der Schlussfolgerung gekommen, das mit großer Wahrscheinlichkeit hier mit Vorwissen spekuliert worden ist. Und diese Erkenntnisse, was wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse sind, von Autoritäten, werden einfach nicht zur Kenntnis genommen. Ich habe damals den Professor Chesney interviewt dazu. Ich habe ihn gefragt, der Chesney, wie waren die Medienreaktionen? Wer hat noch berichtet? Er sagt, ja, eine kleine Finanzzeitung in Frankreich hat berichtet, das war es. Und ich habe ihn gefragt, wie erklären Sie sich das? Wie kann es sein, dass zu einem so gravierenden Fall, wo so gute Belege sind, darüber keine Öffentlichkeit existiert, keine Debatte, keine Diskussion, keine Ermittlungen? Und er sagt ja, was die Journalisten und die Ermittler angeht, er kann sich das nur so erklären, dass die Leute einfach Angst haben. Dass sie genau spüren, das ist ein so heißes Thema, wie du es schon meintest, bei dem Thema Baustatik, auch bei diesem Thema Put-Option, der finanzwissenschaftlichen Dimension davon. Die Leute wissen, das ist so heiß, wenn wir da rangehen, kommen wir in Teufelsküche. Man muss halt nur wissen, es gibt diese Untersuchung, es gibt diese Ermittlungen, es gibt diese Fakten und sie müssen einfach mal zur Kenntnis genommen werden, früher oder später. Ich kenne ja den Marc Chesney, oder? Also erstens möchte ich das sehr unterstützen, weil er beweist, er ist ein Professor in der Schweiz, er versteht etwas von Finanzwesen und er beweist, dass 9-11 ein Millionengeschäft war. Okay? Das ist ja den Leuten völlig unklar. Es ist ein Millionengeschäft. Ich weiß schon, Herr Bröckers, dass Sie das schon lange beschrieben haben, aber Sie werden hier, es wird noch detaillierter, wenn ich vielleicht so sagen darf, wird das nochmal dargelegt. Marc Chesney hat das Put-Call-Ratio untersucht, er hat sehr genau gesucht, welche Optionen eingelöst werden, welche nicht. Und man muss vielleicht den Menschen auch erklären, wie kann man denn mit einem Terranschlag Geld verdienen. Man kann bei einer Aktie nicht nur Geld verdienen, wenn sie steigt, man verkauft sie für 10 Euro und verkauft sie, wenn sie bei 100 Euro ist. Das ist eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Eine andere Möglichkeit ist, wenn eine Aktie sinkt, also wenn sie von 100 Euro sich halbiert auf 50 Euro, dann kann man Geld verdienen, indem man auf diesen fallenden Börsenkurs wettet mit einer sogenannten Put-Option. Das ist eine richtige Wette. Es ist wie Casino. Das ist Casino. Es ist Casino. Und das, es gab Insider, die haben gewettet, dass diese zwei Fluggesellschaften, United Airlines und American Airlines, wenn die da reindonnern, dann wird natürlich der Börsenkurs in den Keller gehen. Ja, aber das ist ja eine, it's a foregone conclusion. Also es ist ziemlich einfach, davon auszugehen. Und es sind noch andere Versicherungen etc. Aber diese zwei stehen im Fokus. Das heisst, jemand wusste, dass diese zwei Firmen Kursverluste haben werden. Muss man sich mal vorstellen. Und das alleine, wenn das als alleinige Spur im Gesamtfall da wäre, würde normalerweise eine Kripo sagen, da hat jemand einen Fehler gemacht, oder das Lieferaturstaat. Dieser Spur allein gehen wir nach. Genau, folge dem Geld. Folge dem Geld. Folge dem Geld. Ich wollte etwas hier, etwas zurück auf unsere allgemeinen Diskussion über die Terrorgefahr, was Herr Bröckers angesprochen hat. Und zwar, es wird gesagt, alles basiert auf 9-11. Ich möchte das ein bisschen differenzieren. In den letzten Jahren wird nicht so viel auf 9-11 aufgebaut über diese Maßnahmen, sondern über die Anschläge in Europa. Das heisst, in Paris, in Nizza, in Brüssel. Das heisst, es wird immer auf die neuen Anschläge hingewiesen als Grund für die neuen Maßnahmen. Das heisst, 9-11 rückt ein bisschen zurück und die neue Anschläge... Aber ist sozusagen die Mutter von diesen. Das ist die Klammer. Weiter ergibt es den großen islamischen Terrorismus. Ja, genau. Also ich möchte hier ein bisschen etwas historisch etwas einfügen. Und zwar, die ganze, die Politik des islamischen Terror ist eine Antwort auf das Zusammenfall der Sowjetunion 1990. Und das, ich glaube, ist nicht oft thematisiert. 1994 zerfiel die Sowjetunion, das heisst, er zerfiel der große Feindbild des Westens, der NATO, der Amerikaner. Und die NATO und die Amerikaner brauchten ein neues Feindbild, um ihre Politik zu fokussieren. Es gibt sogar ein Buch dazu. Bitte? Es gibt sogar ein Buch dazu. Es gibt ein Buch, das heißt The Search to an Enemy von einem amerikanischen Historiker. Das wurde 1992 publiziert, also gerade nach dem Verfall der Sowjetunion. und die amerikanischen Strategen suchten verzweifelt und das Wort ist nicht von mir, sondern von diesen Leuten. Verzweifelt suchten sie noch ein neues Feindbild. Und sie haben diesen neuen Feindbild gefunden oder erfunden in der Form des islamischen Terrorismus. Weil dieser Feind geht nicht weg. Islam geht nicht weg. In tausend Jahren wird noch Islam sein. Und das islamikanische Volk war schon vorbereitet, Muslime als Feinde zu sehen. Wenn wir denken an die Hollywood-Filme, 50 Jahre lang, die Muslime und die Araber wurden immer verteufelt. Das heißt, es war sehr leicht, diesen Feindbild an der amerikanischen und westlichen Bevölkerung zu verkaufen. Und das war eine geniale Idee, die Idee des islamischen Terror als den als Ersatz für die sowjetische Gefahr. Das heißt, es wurde eine Politik entwickelt, die dann heute weiter betrieben wird in der Form von nicht nur islamischen, also sogenannte islamischen Anschlägen, sondern auch in der Propaganda. Zum Beispiel, es werden junge Leute angeködert von FBI oder von den Geheimdiensten, die also kriminell sind, aber ihnen wird Geld angeboten, um vielleicht einen Anschlag zu machen und wenn dann, bevor er einen Schlag gemacht hat, werden sie verhaftet und zum Gericht gebracht. Und es gibt ein Buch von einem amerikanischen Autor, der heißt Trevor Aronson, das heißt die Terrorfabrik und da beschreibt er, wie das FBI Terroristen produziert. Und das ist nicht nur das FBI, auch das BND in Deutschland partizipiert in der Produktion von Terroristen. Ich kann da kurz ergänzen. Es ist mittlerweile erwiesen, durch diesen Journalisten Trevor Aronson, den Sie gerade erwähnten, der ist auch im amerikanischen Mainstream Fernsehen interviewt worden zu diesen Erkenntnissen vor kurzem und er hat festgestellt durch Akne-Studium, dass mehr als etwa die Hälfte aller Ermittlungsverfahren in Blick auf Terror seit 9-11 sind zustande gekommen, aufgrund von Spitzeln, die durch die Polizei oder durch Sicherheitsbehörden bezahlt worden sind. Das muss man sich vorstellen. Mehr als die Hälfte oder etwa die Hälfte aller Ermittlungsverfahren, die Terror Kontext haben, haben etwas zu tun oder basieren auf bezahlten Spitzeln tatsächlich. Das ist eine ungeheure Menge. Darf ich da eine Brücke bauen, zwischen dem, was Sie sagen, Herr Davidsson und Herr Bröckers? Sie haben ja gesagt, die Kirche der Angst war früher das Sowjetimperium und jetzt der Islam. Ich möchte jetzt noch einen Punkt einbringen und zwar sogenannte Hassprediger. Also die Hassprediger, man glaubt, dass die Hassprediger wirklich authentische Muslime sind. Nein. Es gab zum Beispiel einen Hassprediger in Ulm, Youssef heißt der, ich glaube, der hat also die Sauland-Gruppe sogenannt monitort, also geködert, aber dieser Hassprediger war gleichzeitig ein Angestellter, des Verfassungsschutzes. Hat er das steuerlich angegeben? Nicht nur das, er war in einer Konferenz in London als Vertreter des Verfassungsschutzes. Dieser Mann. Also das ist, also das heißt, wir haben hier, also in London gab es zum Beispiel zwei sehr bekannte sogenannte Hassprediger, die wurden von der Polizei in London geduldet, jahrelang, obwohl immer protestiert war und zwar von Muslime. Warum lassen Sie diese Leute frei? Weil sie eine Funktion haben. Weil sie eine Funktion haben. Was ich sagen wollte, wir haben hier eine Politik, diese Gefahr des islamischen Terrorismus aufrechtzuhalten und zwar mit vielen, vielen Methoden. Darunter die Anschläge, die sogenannten Anschläge, die wir überall sehen, das sind eine Methode, aber es gibt andere Methoden. Herr Davidsson, das freut mich sehr, dass Sie das jetzt gerade gesagt haben, weil jetzt muss man 9-11 als das betrachten, was man vielleicht so gar nicht gesehen hat. 9-11 in einem Gesamtfilm auf der Suche nach einem neuen Feindbild ist praktisch der Special Effect, der Film läuft schon seit 92. Genau. Das ist der Special Effect und jetzt, also der Art Showdown und jetzt geht es praktisch weiter und der Abspann, der zieht sich ziemlich hin, muss man dazu sagen. Das Abspann besteht aus Folgen, die dann immer weitergehen, weil das ist der Vorteil beim islamischen Terroristen. Der islamische Terrorist ist ja ein Mensch wie du und ich, der sieht ja ganz normal aus und hat dann vielleicht einen Sprengstoffwürtel oder auch nicht, das kann also jeder sein, er taucht überall auf und auch wieder unter und Sie haben sich ja mal die Mühe gemacht, weil der War on Terror ja mit dem 11. September zum Schlagwort wurde und alles berechtigt, was wir heute sehen. Sie haben sich ja mal die Mühe gemacht, Sie sind ja da sehr dreist, finde ich ja toll, Sie haben an den Weltsicherheitsrat geschrieben und wollten einfach nur mal diese Statistik sehen, wo die Terroristen gelistet werden, weil ja der Weltsicherheitsrat gesagt hat, das ist die größte Gefahr überhaupt. Was ist das Ergebnis gewesen, nachdem Sie noch New York geschrieben haben? Also erstens muss man klarstellen, dass der Sicherheitsrat der UNO, das ist die höchste politische Instanz in der Welt und sie funktioniert beinahe wie eine Diktatur, weil sie kann Staaten zwingen, Maßnahmen zu treffen. Das ist eine, da gibt es keine Instanz darüber. Es ist also keine Empfehlung, was Sie ausgeben, sondern eine Art Befehl? Ja, also zum Teil ja. Aber dieses, also der Sicherheitsrat hat mehrfach gesagt, internationaler Terrorismus, das ist O-Ton Sicherheitsrat, internationaler Terrorismus ist eine der größten Gefahren für den Weltfrieden. Ja, schön. Da habe ich in den Sicherheitsrat geschrieben und sagt, ja, wenn Sie das sagen, bitte können Sie mir das belegen, zum Beispiel in der Statistik von Todesopfern von Terrorismus in der Welt, nach Jahren, nach Ländern und so weiter. Ich bekam eine Antwort und die Antwort war, wir haben keine Statistik, also wir haben keine Zahlen. Sie können sich bei einer Datenbank in Amerika informieren. Also die haben, also die sagen, es ist eine Gefahr für die Welt, eine ganz große, aber wir haben überhaupt keine Belege dafür. Und das ist also eine ganz... Weltsicherheitsrat. Weltsicherheitsrat. Und... Hat Sie das erstaunt, die Antwort? Nicht richtig, nein. Nein, ich habe ungefähr das schon erwartet. Das ist natürlich ganz, ganz schlimm, aber was ich doch vom Sicherheitsrat, weil wir schon vom Sicherheitsrat sprechen, finde ich ganz verblüffend etwas und das ist sehr wenig bemerkt worden. Und das hat also internationale Implikationen. Am 12. September hat der Sicherheitsrat sich um 12.30 Uhr mittags getroffen und eine Resolution abgeschädigt. Und zwar die Anschläge vom vorigen Tag zu denunzieren und so weiter und so weiter. Vorurteilen und so weiter. Vorurteilen, das ist alles in bester Ordnung. Aber der Sicherheitsrat hat die Angriffe oder den Anschlag als ein Fall von internationalem Terrorismus bezeichnet. Und da habe ich gesagt, was? Das war doch ein internationales Flug. Da war überhaupt keine internationalen Dimension. und die Beschlüsse des Sicherheitsrats, da wird jeder Punkt und jede Komma auf die Waageschale geholt. Da werden also Briefe an die Kanzleien in Russland, in China, überall, in allen Staaten hingeschickt und zurück, bis der Text vollständig ist. Das ist nicht etwas, was so gewürfelt wird. Und die haben das Wort international. Und da habe ich gesagt, das ist merkwürdig, weil die Generalversammlung hat auch einen Beschluss gemacht, aber die hat nicht das Wort international gebraucht. Nur einfach von dem Anschlag. Und es waren auch andere Gremien in Europa, die haben das auch verurteilt und so weiter, aber die haben nicht das Wort international in ihrem Beschluss. Ja, und man kann das vielleicht einordnen. Das Interessante ist, warum dieses Wort jetzt so wichtig ist. Aufgrund der Anschläge wurde ja der NATO bündnisvoll ausgerufen. Zum ersten Mal im Warschauer Pakt gab es nicht mehr. Das ist auch historisch sehr interessant. Genau. Werden sich alle noch daran erinnern, Artikel 5 des NATO-Vertrages besagt ja, dass wenn ein Land angegriffen wird, dass die anderen ihm zur Verteidigung beistehen. Und das wirkt eben nur dann, wenn es tatsächlich ein Anschlag von außen ist. So ein Angriff vom Ausland ausgehend. Und daran hängt das Ganze. Und der NATO-Bündnisfall ist insofern von sehr großer Bedeutung, weil er heute noch gilt. Und das ist überhaupt eine ganz verrückte Sache, wenn man sich das mal vorstellt. Das ist eine ganz gravierende Entscheidung. Die wird einmal ausgerufen. Unser Militär, unsere Bundeswehr muss jetzt sich da einordnen und wird in Afghanistan. Das ist die Grundlage des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan. Und es gibt keine Klausel, keine Regelung, wie man denn diesen Bündnisfall mal wieder aufhebt. Gibt es nicht. Man kann nur die Tür praktisch zuschmeißen und dann ist sie... Der läuft endlos. Der läuft bis heute. Und es hängt genau an dem, was Sie gerade gesagt haben, dass es ein internationaler Anschlag ist, was möglich ist, was aber nicht erwiesen ist und was schon gar nicht am 12. September erwiesen war, da es sich tatsächlich um Inlandsflüge gehandelt hat und die zum damaligen Zeitpunkt vermuteten Attentäter ja auch alle in den USA gelebt haben. Das muss man sich auch nochmal klar machen. Darüber hinaus, ich habe es noch vergessen zu sagen, in diesem selben Beschluss gibt es eine Klausel, also in der Preamble, eine Klausel, die sagt, laut Artikel 51 der Charter hat jedes Staat das Recht, sich zu verteidigen, also die Verteidigung, Selbstverteidigung. Und ich habe gesagt, was soll das hier in diesem Beschluss? Das war so ein kleiner Hint an die Amerikaner, ja, sie können marschieren. Also das war überhaupt nicht, das war überhaupt kein Grund, diese Klausel da reinzuschieben. Herr Davidson, lassen Sie uns hier in der Runde vielleicht mal zur Auffrischung, 11. September mal, vielleicht alle zusammen so die hanebüchenden Fakten nochmal auf den Tisch legen, die einem spontan einfallen. Also mir fällt ein, können Sie vielleicht auch bestätigen, ausführen, dass Maschinen, die abgeschossen wurden, sich aber doch noch Stunden oder Minuten und eine halbe Stunde später gemeldet haben, die waren noch in der Luft. Ja, also nach amerikanischen offiziellen Berichten waren zumindest zwei von den Maschinen noch in der Luft, als sie schon abgestürzt sind. Also Schenksville? Schenksville und die Maschine, die in den Südturm geflogen sein sollte. Das heißt, wie hat man das rausbekommen, dass sie noch fliegen? Ja. Die haben sich gemeldet? Wie war das? Ja, sie haben sich gemeldet. Also es war also eine Meldung, eine sogenannte AKS-Meldung, das ist eine elektronische Meldung zum Flugzeug. Und eine Bestätigung kam vom Flugzeug, dass sie angekommen ist. Das heißt, eine Maschine, die schon im Turm landet oder in Schenksville kaputt gegangen ist, hat sich 500 Meilen entfernt nochmal zurückgewählt, hier sind wir. Wie geht man mit so einer Botschaft, mit so einer Nachricht um? Ja, verschweigt. Also wenn man im Spiegel ist, dann verschweigt man das. Das ist ganz klar. Also ich meine, die Medien verschwiegen diese ganzen Sachen. Was ist für Sie der zweite Punkt, der Sie sagen, das hätte also, dazu kann man nicht schweigen? Also erstens, dass sich Flugzeuge, die bereits nicht mehr existieren, dann doch zurückmelden. Und was gibt es noch, muss ich sagen? Das war ein bisschen dick aufgetragen. Ja, also es wurde nicht publiziert. Also diese Berichte von der amerikanischen Regierung, das sind keine Berichte, die allgemein publiziert sind. Die verstecken sich in den Haufen von den Berichten der Nine-Level-Commission, die jetzt in der Nationalarchiv in Amerika sich befinden. Und wenn man diese 10 oder 20.000 Artikel oder Papiere liest oder eine halbe Million, dann findet man solche Sachen. Aber die findet doch nicht jemand, der das nicht sucht. Ja, das ist die Sache. Teil der Übung. Herr Brücker, ist für Sie so, dass du sagen, es tut die Frage mit der Teil der Übung. Das ist ja eigentlich der entscheidende Punkt. Nach den Anschlägen haben George W. Bush und auch vor allen Dingen Condoleezza Rice, seine damalige Sicherheitsberaterin, mehrfach ganz wörtlich im Fernsehen, über diese Anschläge geredet und gesagt, ja, es konnte sich ja niemand vorstellen, dass irgendein Verbrecher auf die Idee kommt, mit Flugzeugen in die Hochhäuser rein zu fliegen. Das kann man nachgucken, haben die mehrfach gesagt, also wir konnten, wir sind ja gut vorbereitet auf Terrorismus und so weiter, aber das konnte sich wirklich niemand vorstellen. Und wenn dann ein paar Tage nach den Anschlägen, als die das so erzählten, die Regierenden, schon bekannt gewesen wäre, was denn ein paar Monate später oder ein knappes Jahr später, ich glaube, ich war der Erste, der da in Deutschland drüber geschrieben hat, dass an dem Morgen und an dem Tag vorher, also 10. und 11.9.2001 in den USA von der Air Force, also der Luftwaffe, Manöver veranstaltet werden. Und zwar Manöver, was haben die geübt? Klar, die Luftwaffe macht öfter mal Manöver, laufend müssen die ja trainieren, aber an dem Tag wurde trainiert, ein Zivilflugzeug wird entführt und versucht in hohe Gebäude reinzufliegen. Das war der Gegenstand der Militärübung an diesem Tag. Also stellt euch vor. Das lief parallel. Das lief parallel. Also stellt euch vor, das wäre ein, zwei Tage, drei Tage später, weil ein Journalist ordentlich recherchiert, hey, hallo Leute, da ist an dem Morgen genau das trainiert worden oder geübt worden, was denn passiert ist. Da gibt es doch, da gibt es doch die Aussage von dem Luftwaffenoffizier, der in dieser Übung war, Kevin Mississippi. Und er sagt, er hat das dann später einem Journalisten erzählt, er kam die Meldung rein, da ist ein Flugzeug entführt worden und seine spontane Reaktion war, ein Flugzeug entführt, die Entführung soll doch erst in einer Stunde sein. Also in der Übung soll die doch erst in einer Stunde sein. Es fehlten ja auch über den Tag 23 Maschinen. Das war genau gleichzeitig. Die ganze Flugüberwachung war an dem Tag durcheinander oder konfus, weil ihnen von dieser Übung und für diese Übung künstliche Blips, also irgendwelche Flugzeuge auf ihre Schirme projiziert worden. Und es gibt die Aussagen von einigen dieser Fluglotsen, die brüllen dann irgendwann, als schon das erste Ding da reingeflogen ist, verdammte Scheiße, jetzt hört doch mal auf mit dieser Übung. Ja, also die Flug, daher kommt diese ganze Verwirrung an diesem Morgen. Auch die Tatsache, dass es 75 Minuten dauert, bis so ein Abfangjäger hochgeht, der normalerweise nach zehn Minuten oder so hätte am Start sein müssen. Was auch sonst immer geklappt hat. Was auch immer klappt, ja, was eine Standardprozedur ist in der Luftfahrt. Warum funktioniert das an dem Morgen alles nicht? Weil eben diese Übungen stattfinden und die ganzen Fluglotsen, die immer ja ihre Sektoren haben, wo sie gucken und dann kommt der und dann kommt der, die sind völlig verwirrt. Und das, sage ich jetzt mal, zwei, drei Tage später aufs Tapet gebracht. Das kam aber, wie gesagt, erst ein knappes Jahr später überhaupt raus. Drei Jahre später. Drei Jahre später kam das erste Mal raus mit den Übungen. Ja, dass diese Übungen an dem Morgen ausgerechnet das simulieren, was dann real stattfindet. Hallo? Also, das kann gar nicht sein. Und im Zusammenhang mit der Aussage der Regierung, es konnte sich niemand vorstellen, dass Flugzeuge in hohe Häuser fliegen. Die konnten sich sogar vorstellen, dass das Flugzeug ins Pentagon fliegt. Wir haben da ein Foto drin, da gibt es eine Simulation von, wo sie das geübt haben mit, wie muss denn der Katastrophenschutz, die Feuerwehr, die Sanitäter und so, wie muss das alles funktionieren? Wurde alles trainiert. Also, dass das so durchgeführt werden konnte am 11.9., wer immer die Flugzeuge gesteuert oder gelenkt hat, das war nur deswegen möglich, weil gleichzeitig diese Manöver stattfanden, die die gesamte zivile Flugüberwachung und auch die übliche Abwehr, da startet dann hier so ein Abfangjäger, wie er da drüben steht, durcheinander gebracht hat. Und deshalb konnte diese eine Maschine, die dann irgendwann ins Pentagon angeblich fliegt, irgendwie über eine Stunde im Luftraum unterwegs sein, ohne dass irgendjemand sich da in die Nähe begeben hätte und dem Piloten gesagt hat, hallo Freund, jetzt landen oder wir schießen. Herr Bröckers, was ich denke, was auch den letzten Zweifler stutzig machen sollte, auch wenn er von der Materie nicht so viel Ahnung hat, wenn er einfach erfährt, dass ja die Regierung, ihre Soko erst begann nach 441 Tagen Untätigkeit, bis die Jersey im Moment gesagt haben, was ist denn eigentlich mit dem Fallen der Eleven? Wollt ihr uns, wollt ihr da nicht ermitteln? Man muss sich das vorstellen. Ich sage immer, in Berlin, in Berlin kam es zu einem, einer, eine Autobombe detoniert am Rosenthaler Platz und die Soko geht dann 441 Tage später dazu über, das zu untersuchen. Ich glaube, Herr Busch hat ja gesagt, als sofort in den Tagen danach eine Kommission beantragt wurde, das zu untersuchen, hat Präsident Busch diese sagenhafte Aussage gemacht, ja nein, wir können jetzt das nicht untersuchen, wir müssen alle Kräfte darauf verwenden, künftige Terroranschläge zu verhindern. Also es ist so, es wird eine Bank überfallen und die Polizei sagt, nee, wir können nicht untersuchen, wer es war, wir müssen jetzt erstmal alle anderen Banken bewachen. Das war der Ashcroft, Ashcroft hat das gesagt. Also das ist grotesk und das, wie gesagt, dann ein Jahr später, die die Untersuchungskommission überhaupt erst angeregt wird, dauert dann noch ein paar Tage oder Monate, bis sie in Gang tritt, dann als erster Vorsitzender und das ist hier für Kollegen Ganser ein Heureka, Henry Kissinger geplant war, also einer der Ex-Sicherheit. Die Klasse aber dann fallen lässt, weil man fragt, für wen arbeiten Sie noch? Und er sagt, ja, die Familie Bin Laden und so weiter. Genau, Kissinger, der die Bin Ladens beraten hat, Kissinger, der im Vietnamkrieg und so weiter, also ein Spezialist ist im Prinzip für verdeckte Kriegsführung, der soll jetzt das untersuchen, das war selbst der Mainstream- Presse in den USA too much und die haben gesagt, bloody Henry, können wir da nicht nehmen. Und dann haben sie zwei andere genommen, Keen und wie hieß der andere? Hamilton. Die mittlerweile ausgesagt haben, denn danach, ja, wir konnten ja gar nicht untersuchen, die kritisieren ja ihren eigenen Commission Report. Wir waren verurteilt zu scheitern, da gibt es ja auch ein Buch darüber. Genau, wir waren verurteilt zu scheitern. Set up to fail. Wir hatten auch nicht genug Geld. Der Skandal in Anführung, Clinton Lewinsky, diese Untersuchung hat irgendwie achtmal so viel gekostet, wie die 9-11 untersucht. Wenn man sich das mal reinzieht, dann muss man nur sagen, ja. Es wurde einfach nicht untersucht. 9-11 ist bis heute nicht geklärt, weil es nicht von den Amerikanern untersucht wurde. Und da würde ich eigentlich gerne anschliessen und das, was Herr Bröcker sagt. Wenn wir das unter dem Prinzip US- Imperialismus anschauen, dann wird es für mich schlüssiger, weil wenn ich jetzt die letzten 16 Jahre anschaue, dann drückt man uns Analytiker immer in das Feld Terrorismus. Da stehen wir in diesem Feld, müssen immer die Terrorakte nennen. Wenn wir weiter zurückgehen und schauen, wie wurde denn der Vietnamkrieg gestartet 1964. Im August 1964 hat der amerikanische Imperialismus, den ich eben datiere, ab 1945 bis heute, das heisst, wir haben 70 Jahre Imperialismus der USA. Die USA sind das mächtigste Land. Sie haben die Weltreservewährung mit dem Dollar. Sie haben zehn Flugzeugträger. Sie haben in 42 fremden Staaten Militärstützpunkte. Sie haben sieben Militärwahrer. Rammstein zum Beispiel. Ja, ja. Deutschland hat aber keine Militärwahrer in den USA. Noch nicht. Nein, aber ich sage nur einfach, dass man sieht, wer hier der Imperialist ist. Und es ist eben falsch, wenn man den Kindern in der Schule erzählt, Imperialismus gab es im 19. Jahrhundert. Das waren die Briten. Und jetzt dürft ihr in die Pause euer Brot essen. Ja, Imperialismus gibt es auch heute. Und das US-Imperium ist der Imperialist. Jetzt, wenn wir den Vietnamkrieg nehmen, 1964, können wir heute als Historikerin und als Historiker beweisen, dass die Amerikaner damals gesagt haben, wir wurden angegriffen. Okay? Die haben gesagt, wir haben da ein Kriegsschiff, das heisst Maddox. Das fährt ganz friedlich da vor Vietnam rum. Und dann die bösen Vietnamesen, keine Muslime, die bösen Vietnamesen greifen uns an. Heute wissen wir, der Zwischenfall im Golf von Tonkin ist gelogen. Der amerikanische Präsident damals nicht Bush, sondern Johnson sagt, wir müssen jetzt Vietnam bombardieren. Dann haben wir elf Jahre Krieg von 64 bis 75. Wir haben drei Millionen Tote. Wir haben massiv deformierte Kinder. Bis heute? Ja, bis heute. Bis heute kommt es zu viel geboten. Also das US-Imperium ist extrem rücksichtslos und startet Kriege mit Lügen. Wenn wir die ABC-Lüge von 2003 gegen Irak nehmen, man hat gesagt, der Irak hat atomare, biologische und chemische Waffen. Das hat nicht gestimmt. Man hat immer wieder eigentlich gelogen, wenn ein Krieg ausbricht, und das ist jetzt nicht neu bei 9-11, sondern ich habe dann untersucht, wie hat man eigentlich die Schweinebucht-Invasion 1961, wie hat man die vertickert? Das interessiert mich einfach. Wie lügt man? Das gelogen wird, ist klar, aber wie lügt man? Da hat man sich wieder in der UNO getroffen. Die Kubaner sind hingegangen und haben gesagt, wir werden bombardiert. Und dann sagt der amerikanische Botschafter Stevenson, das erkläre ich in meinem neuen Buch Illegale Kriege, der stellt sich doch hin, es kommt mir einfach in den Sinn, weil... Das ist die Originalmaschine. Ich denke, das ist eine ähnliche Maschine. Er sagt, ist das eine ähnliche Maschine? Eine russische Maschine. Okay, gut. Der sagt, die kubanischen Bomberpiloten haben ihr eigenes Land bombardiert und dann sind sie desertiert und in den USA gelandet, weil sie so hasserfüllt gegenüber ihrer... Also, was erzählt der? Der erzählt, die Kubaner haben ihr Land bombardiert und sind dann in die USA geflüchtet. Und das erzählt er von der UNO. Und dann konnte man nachweisen, nein, die CIA hat Kuba bombardiert und hat einfach die Flugzeuge... Umlackiert. Umlackiert? Ja, klar. Aber wie billig ist denn diese Nummer? Da kann man ja den Koffer von Mohammed Atta... Das ist halt alles wirklich bi-picture. Sie machen es noch nicht mal gut. Das werfe auch ich vor. Das ist nicht gut gemacht. Dass wir da so... Also, wenn man es raffinierter machen würde, dann kämen wir ja auch nicht dahinter. Aber Sie kommen durch. Sie kommen damit durch. Sie kommen durch. Weil wegen... Das finde ich wichtig, was Sie gesagt haben, Herr Bröckers, wegen dieser Kirche der Angst, also diese Kirche der Angst, auch heute im Jahre 2017, ich habe mir jetzt, also nicht das Ganze, aber einen Teil dieses Duells zwischen Schulz und Merkel angehört. Sie haben das gesehen? Nein, nicht das Ganze. Hören Sie auf. Aber ich habe einfach auf YouTube... Jetzt sind zwei... Wann ist die Wahl? Weihnachten, 24. Nein. 24. September. Also jetzt, es ist nicht mehr lange bis zu dieser Wahl. Aber dann habe ich mir das angeschaut. Wird das Thema US-Imperialismus diskutiert zwischen Schulz und Merkel? Natürlich nicht. Wird über die Hintergründe von 9-11 diskutiert? Nein, natürlich nicht. Aber über innere Sicherheit wird gesprochen. Innere Sicherheit ist ganz wichtig, aber nicht, womit es zu tun hat. Ja, aber Herr Jebsen, einfach die Analyse hier in Deutschland, auch in der Schweiz, also in der Schweiz ist es dasselbe, ja. Die Analyse ist so oberflächlich, ja, dass man entweder sagen kann, ich schaue das gar nicht mehr, ja. Oder dass man sich dann dort auch fragt, warum werden die richtig geostrategischen Fragen überhaupt nicht angesprochen, ja. Und da ist meiner Meinung nach die Antwort Angst, ja. Aber vielleicht auch eine andere... Es gibt ja diesen alten Spruch eines Griechen, den ich persönlich nicht mehr kennengelernt habe, weil er vor 3000 Jahren gelebt hat. Der sagt, wer in der Demokratie die Wahrheit sagt, wird von der Masse erschlagen. Das muss man ja auch dazu sagen. Vielleicht will die Bevölkerung mit der Realität gar nicht bedampft werden. Vielleicht will sie von Politikern eine Wunschvorstellung formuliert haben, sagen, das möchte ich. Und wenn ich das mit Frau Merkel und Kuh auch möchte, dann tritt das ein, weil wir das möchten, auch wenn es vollkommen unrealistisch ist. Hat das auch mit uns zu tun? Ja, also ich möchte eine Frage erst stellen. Und zwar, warum haben die Leute Angst? Also warum? Also zum Beispiel, Sie haben jetzt gesprochen über die Angst. Als Rentner habe ich nicht Angst. Ich habe nicht mehr zu verlieren. Das heißt, die Angst kommt von der Arbeitsstellung, von der von der Situation. Also ich hatte Angst an der ETH Zürich. Genau. Mein Kind war ein Jahr alt. Ich war 2006. Wie alt war ich da? Gut, ich war irgendwie jünger. Ja, ich war jünger als jetzt. Ja, genau. Aber ich meine, diese Angst haben... Ich war 34. Dann hat man Angst, die Stelle zu verlieren und den guten Ruf. Genau. Und das geht dann ziemlich schnell. Und da möchte ich ein bisschen einsteigen. Und zwar, diese Angst ist zum Beispiel heute bei Rentnern viel weniger. Also die meisten Leute, die jetzt in Amerika über 9-11 schreiben, sind Rentner. Ja, die haben nichts zu verlieren. Der David Ray Griffin ist Rentner. Ich bin Rentner. Aber den Leuten und nicht nur den Rentnern, sondern quasi der Gesamtbevölkerung wird doch massiv Angst gemacht. Ich erinnere nur daran, wie nach den Anschlägen hier in Deutschland, damals war, glaube ich, Schäuble Innenminister, überall von Schläfern die Rede war. Also ein halbes Jahr lang stand jeden Tag was in der Zeitung von Schläfern. Die haben den Schulz angekündigt. Ja, und die jetzt, also das quasi die Fußgängerzonen in jedem Kaff von Schläfern in die Luft gejagt werden können. Also es wurde schon ganz gezielt sozusagen suggeriert, Leute, ihr müsst Angst haben, hier überall ist so ein Schläfer, kann so ein Schläfer stecken und morgen sprengt der dein Einkaufszentrum in die Luft. Also das lief schon und dann kommt jetzt alle zwei, drei, fünf Wochen, also irgend so ein Mini-Anschlag, der hier auch wieder dann drei, vier Tage Brennpunkt im Fernsehen und so. Und du fragst dich ja, okay, da sind jetzt drei Leute ums Leben gekommen, weil irgendein Auto, irgendeine Fußgängerzone reinfährt. Ja, in China sind auch drei Säcke Reise umgefallen. Ja, aber Herr Bröckers, lassen Sie uns dann in Berlin bleiben. Masri wird dann in Italien erschossen, ja? Ja, das spielt aber... Aber dann, wenn Sie dann nachfragen, Sie haben es ja auch gemacht, dann bekommen Sie von einer Bundestagsabgeordneten ja auch eine fantastische Antwort. Ja, also, aber ich komme auf diese Frage nochmal, aber ich möchte mit der Angst, es sind zwei Ängste. Die Antwort war ja, das ist eine Sache der italienischen Polizei. Ja, genau, ja. Aber die Ängste, es gibt zwei Arten von Ängsten. Die Ängste von Terrorismus, die geschürt wurde. Aber ich glaube persönlich nicht, dass die Leute wirklich Angst haben vor Terrorismus. 70 Prozent sagen das hier. Ja, die sagen das, die sagen, aber ich meine, die Leute gehen zum Konzert, zum Theater, die haben also keine Angst. Die andere Angst, von wem er gesprochen hat, das ist die Angst, eine Arbeit, also etwas zu sagen, zu kritisieren. Das ist eine andere Art von Angst. Und diese Angst kommt von, also die Angst, eine Arbeit zu verlieren oder eine Stelle zu verlieren. Das ist etwas anders. Also ich hatte ja auch keine Angst vor Terroristen, ja? Genau. Und das ist eine Angst. Und diese Angst, die erklärt eben, warum Leute schweigen. Das ist so quasi die klassische Methode der Inquisition. Der digitale Scheiterhaufen heute. 500 Jahren. Und wer, was weiß ich, die Jungfrauengeburt bezweifelt, der wird aus der Kirche ausgeschieden. Ja. Und der gilt als Ketzer. Genau. Und genau das haben wir heute mit dem Verschwörungstheorien. Aber darum ist ja das Wichtige, dass man eigentlich der nächsten Generation, ich sage jetzt den 15- bis 25-Jährigen, wirklich auch zeigt, es ist möglich, die Angst zu überwinden und weiterzuleben. Ja, wir sind ja alle noch hier. Genau. Ja, das wäre so der Beweis. Man stirbt nicht dabei. Und ich würde wirklich allen auch wirklich ans Herz legen, dass wenn sie sich in so einer Situation befinden, ja, wo sie wirklich mit ihrem Gewissen einerseits konfrontiert sind, dass sie wissen, hier stimmen gewisse Dinge einfach so überhaupt nicht, dass wenn ich jetzt einfach schweige, dann verbiegt sich mir der Rücken in einer Art, da kann ich nie mehr aufrecht gehen, ja, dass man dann in diesem Moment wirklich seinem Gewissen folgt. Also das wäre auch so mein Appell, ja, weil wenn Tausende, wenn Hunderttausende ihrem Gewissen folgen und sagen, nein, ich lasse mich niemals immer belügen und nein, ich lasse mir auch nicht vorschreiben, über was ich zu sprechen habe. Ja, und wichtig ist eben auch, dass man sich nicht durch Sprache manipulieren lässt. Es gibt ja Begriffe, die sind nur dazu da, dass das Denken beschränkt wird. Zum Beispiel dieser Begriff Verschwörungstheorie ist ja nun mal der Klassiker inzwischen. Dieser Begriff wird verwendet, um das Denken zu beschränken. Und man muss mal klar fragen, was soll denn damit eigentlich gemeint sein mit Verschwörungstheorie? In Bezug auf unser Thema heute 9-11 ist damit natürlich gemeint, jeder, der etwas anderes sagt, als das, was die offizielle Regierungserklärung ist. Das ist aber im Grunde eine Art Dogmatismus, wenn man das genau nimmt. Wenn alles, was von einer Meinung abweicht, wenn alles das, was abweicht von einer vorgebenden Meinung, Unsinn sein soll oder auch verwirrt sein soll, das ist der extremst vorstellbare Dogmatismus. Aber das sollte eigentlich ein Argument sein, was das System sofort selbst generiert, wenn jemand mit so einem Wort kommt. Kommt aber nicht. Womit hat das zu tun? Merken das die Leute nicht mehr oder da spüren sie nur subtil, was passieren kann, wenn man unter Wahrhaftigkeit leidet, sage ich mal, und dann als Edward Snowden in Moskau wohnt. Merken die Leute, dass das ein gefährliches Feld ist? Also wissen das die Leute schon, aber sie trauen sich nicht? Ne, das ist wirklich so eine Art von Prägung. Also dieser Begriff wird geprägt, er wird ganz oft wiederholt. Dieser Begriff ist so oft wiederholt worden in den letzten Jahren. Und es ist damit eine Emotion verknüpft worden, es ist eine Botschaft verknüpft worden. Denn wer abweicht, ist ein Spinner, wer abweicht, wird ausgegrenzt. Und diese Botschaft ist ganz klar angekommen und sie wird eben nicht reflektiert. Der Begriff wird nicht hinterfragt. Und da müssen wir eben ansetzen. Von einigen schon, aber nicht von einigen. Aber das ist eben auch der Grund. Wir müssen den Begriff in Frage stellen. Das ist auch der Grund, warum so wenige Journalisten sich trauen, darüber zu schreiben. Aber das ist nicht die Angst vor dem Terror, sondern das ist die Angst vor der sozialen Diffamierung. Dass sie denn nicht mehr Ressortleiter sein können, sondern als Freelancer sich durchschlagen müssen. Und ich habe schon bei einigen Kollegen das erlebt, so abends nach dem dritten, vierten Wein oder Bier, die eigentlich, die dann sagen, also Matthias, ich habe mir ja da mal was von dir angeguckt. Und das stinkt ja schon ziemlich zum Himmel. Weil ich werde dann immer ein bisschen pampig und sage, du bitte halt deinen Mund. Erzähl das nicht mir, erzähl das in deiner Zeitung oder in deinem Sender. Nur da hat es Sinn. Also wie gesagt, die Leute haben schon... Ich habe genau die gleichen Erlebnisse. Und 9-11 ist eine Art Lackmustest. Also wie gesagt, wie bei der Inquisition schon erwähnt, da gab es auch so bestimmte Sachen. Ist der vom Teufel besessen, ja oder nein? Und so ist heute der 11. September dieser Lackmustest. Und wenn du irgendwo eingestellt werden willst, in den Medien oder auch im öffentlichen Dienst, im Staatsdienst, als Professor... Schreibst du das in deinem Bewerbungsscheiben? Sei es uns wohl. Ja, wenn du das in deinem Bewerbungsscheiben reinfährst, Z-Rum-10-CEO, 9-11, muss untersucht werden, dann ist es vorbei mit dem Job. Und das Extreme ist wirklich, dass das heute noch so läuft. Wir haben ja jetzt, wir sagen, es ist 16 Jahre her. Einige, die jünger sind, denken, warum sprechen die noch darüber. Aber ich habe wirklich in diesem Jahr, ich glaube Februar war das, 2017, im Schweizer Fernsehen, war ich auch in einer Diskussionsrunde. Es ging um Medien, die Sendung hieß Arena. Ich denke, das kennt man in Deutschland nicht so. Aber das ist eine Sendung, wo diskutiert wird. Und wir haben über Amerika diskutiert, über Trump diskutiert, über Medien diskutiert. Und dann habe ich halt gesagt, 9-11 ist nicht geklärt. Und das war 2017. Und die zwei Journalisten, die anwesend waren, Breuer und Schawinski, haben dann gesagt, Herr Kanzler, das ist eine Verschwörungstheorie. Und da muss ich wirklich Ihnen, Herr Jebsen, mal ein Kränzchen wenden. Sie sind im Moment, meiner Meinung nach, der einzige Ort, wo man hier offen über dieses Thema sprechen kann, ohne dass irgendjemand rumschreit, Verschwörungstheorie. Sondern, dass man mal wirklich Leute wie Herr Bröckers oder Herr Schreyer oder Herr Darwin, alle, die unabhängig denken, die denken unabhängig, zusammenbringt, wo man wirklich sagen kann, was sind denn die offenen Fragen? Oder wo kommen wir hin, wenn wir Dogmatismus unreflektiert mitnehmen und einfach in die Kriege ziehen, Bundeswehr nach Afghanistan, Bundeswehr nach Syrien, Fragen werden keine gestellt. Das ist ja eigentlich die Arbeit der Friedensbewegung, dass wir eigentlich, meiner Meinung nach, immer wieder sagen sollen, es ist nicht richtig, sich zu töten. Das Leben ist lebenswert. Wir würden ja auch nicht wollen, dass wir bombardiert werden. Dann müssen wir das in der Friedensbewegung ja auch umkehren, das machen sie ja auch immer. Dass sie einfach sagen, ja, Libyen bombardiert Paris und ermordet den Präsidenten dort, weil sie ihn einfach für falsch halten. Und wie würden wir das dann sehen? Ich sage mal, wenn man die letzten 16 Jahre, die so unter dem Label Krieg gegen den Terrorismus laufen, wenn man die nochmal Revue passieren lässt, man verdreht die Rollen. Also ich mache mal. 2001 marschieren die Afghanen in den USA ein. Also ich verdrehe sie jetzt. 2003 marschiert der Irak in Großbritannien und den USA ein. 2011 bombardiert Libyen Frankreich. Sarkozy ist tot. Also man muss das mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das Agenda heißt, es gibt der gefährliche Christ. Und noch eins. Syrien bewaffnet militante Mexikaner und lässt sie durch die Grenzen nach Kalifornien einsickern. Mit einer Milliarde. Die CIA hat eine Milliarde im Syrien-Krieg ausgegeben. Operation Timbersee, come on. Und das läuft ja alles unter dem Label. Nö, ist kein Problem, wir bekämpfen einfach Terrorismus. Da sage ich, nein. Eigentlich haben wir ein Phänomen, das ist der US-Imperialismus. Und solange wir diesen Vorhang haben, Terror, 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 verstehen wir das nicht. Wenn wir den wegmachen, dann sieht man, ah, es geht um Rohstoffe. Ah, es geht um Macht. Ah, es geht um Militärstützpunkte. Ich möchte an dieser Stelle nochmal einhaken, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für die jüngere Generation, warum wir uns nach so vielen Jahren immer noch mit dem Thema behaken. Weil es, das, was wir sehen, hat einen ganz anderen Tiefeneffekt, der viel stärker nachwirkt. Es geht nämlich um dieses Dogma. Und das Dogma bedeutet, wir erklären, was die Wahrheit ist. Und zwar bei 9-11 ist das klar, aber wir erklären es auch bei allen anderen Sachen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, da entsteht ein Überwachungsstaat, dann bist du auch eine Art von Verschwörungstheoretiker. Du kannst auch sagen, die Soldaten sind in Afghanistan. Wir könnten morgen behaupten, das stimmt gar nicht. Afghanistan gibt es gar nicht. Das behaupten wir jetzt einfach mal. Und dann wird es flächendeckend abgedruckt und jeder, der etwas anderes behauptet, ist auch ein Verschwörungstheoretiker. Das ist eine faschistoide Gesellschaft, in der wir uns langsam, aber sicher schon befinden. Einfach der Dissens wird verboten. Wenn jemand sagt, ich will das Bargeld abschaffen, das will ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber was? Du bist ein Verschwörungstheoretiker. Aber was brauchst du Bargeld? Bist du ein Terrorist? Das ist ein tatsächliches Totschlagargument. Wenn man das aber unter dem 11. September als Special Effect länger angeleiert im Gesamtkontext sieht. Ich verstehe dahinter schon die Agenda, dass man sieht, okay, wir bereiten uns auf eine multipolare Welt vor. Da gibt es viele Gegenspieler. Da müssen wir sehen, wer sehr so aufgestellt sind, bevor die Chinesen, bevor die Russen sich vielleicht zusammentun, da in die Pötte kommen, müssen wir am Start sein. Also sorgen wir dafür, dass die Welt nicht groß nachfakt ist. Alle sind furchtbar solidarisch. Aber bei so einer Operation, ich verstehe es schon, also den nächsten Feind für die nächsten 100 Jahre, weil 50 Jahre hält ein Imperium, also ein falsches Imperium, ein halbkaputtes Imperium wie die UNSSR, sind wir für die nächsten 100 Jahre gewappnet. Aber bei solch einer Operation passieren ja auch Fehler. Lassen Sie uns mal über die Fehler passieren. Das WTC 7 war ja ein Fehler. Ein großer Fehler. Ein großer Fehler. Was ist denn da rein theoretisch eigentlich falsch gelaufen, dass das noch stehen geblieben ist oder dass da kein Flugzeug rein ist? Und dass da trotzdem nicht als Fehler erkannt wird? Also man muss einfach nochmal repetieren, dass man beim WTC 7 ein drittes Gebäude hat in New York, das zusammengefallen ist, ohne dass ein Flieger reingeflogen ist. Ich sage das so deutlich, obwohl natürlich hier allen das klar ist. Aber ich habe jetzt gerade vor zwei Wochen einen Vortrag in Zermatt gehalten, bei PricewaterhouseCoopers, ein Manager-Meeting. Und 50% der Leute im Raum wussten nicht, dass es drei Gebäude sind, die zusammengestürzt sind. Also das muss man sich... Man muss auch mal die verschiedenen... Alle Leute haben eine Meinung über 9-11. Aber was ist denn das Grundwissen? Das Grundwissen wäre mal, dass man weiß, wie viele Gebäude zusammengestürzt sind. Herr Kanzer-Kotz, finden Sie das nicht sympathisch, dass bei der Schweiz es zumindest möglich ist, weil in Deutschland ist es schwierig, dass die Schweizer Industrie Sie einlädt? Die wollen wissen... Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie jetzt bei Mercedes-Benz eingeladen werden, um mal darüber zu reden. Also ich habe auch schon in deutschen Industriekreisen gesprochen. Das sind einfach geschlossene Veranstaltungen, wo KenFM jetzt nicht filmt. Aber ich sage jetzt mal... Aber ich sage, es gibt bei sehr vielen Menschen das Interesse zu wissen, wie funktioniert Geostrategie. Es sind gar nicht so viele Leute, die denken, kann ich mir nicht vorstellen, dass man nationale Interessen verfolgt und Rohstoffe erbeutet. Die meisten wissen eigentlich... So läuft der Hase. Das wissen eigentlich alle. Wer verheiratet, das weiss, man arbeitet mit Intrigen. Haben Sie jetzt gesagt. Also das, was ich sagen möchte, ist, wenn wir bei WTC7 genau hinschauen, und natürlich, Herr Bröckers hat das vor vielen Jahren gemacht, irgendwie nimmt man den Ball auf, spinnt das weiter. Aber ich habe halt einfach diese Erfahrungen dann weitergetragen. Dann merkt man, okay, das Gebäude stürzt ein, es wurde nicht durch ein Flugzeug getroffen, also braucht es eine andere Kausalität. Und dann kommen doch die Amerikaner und haben die Frechheit, ein Buch, das so dick ist, etwas so dick, ja, aber es ist eben nicht diese Qualität wie Ihr Buch, Herr Davidsson. Aber es ist ein so dickes Buch, Busch legt noch die Hand drauf und sagt, 2004, das ist der 9-11-Untersuchungsbericht, das ist die Wahrheit. Und dann habe ich in der Schweiz... Da kommt das WTC7 ja überhaupt nicht vor. Nee, überhaupt nicht. Der Einsturz kommt nicht vor. Es wird erwähnt da und dort, man kann das heute auch auf dem Internet wirklich runterladen, 9-11-Commission-Report, das geht eine Minute eingegangen in einer Suchmaschine, dann hat man den PDF, dann öffnet man den, eine zweite Minute, dann gibt man WTC7 ein, dritte Minute, und dann hat man die Treffer, es sind vielleicht fünf Treffer. Dann muss man nur diese fünf Seiten lesen. Also das ist eine Recherchearbeit, ich sage, wenn man langsam liest, 10 Minuten hat man es. Halbe Stunde, wenn man noch Kaffee trinkt und abgelenkt ist. Also als Klaus Kleber könnte man das in der Pause machen. Genau. Aber es kommt nicht vor. Genau, der Einsturz kommt nicht vor. Er kommt nicht vor. Es steht zwar, WTC7 gibt es, aber das... Und dann muss ich einfach sagen, wenn... Wenn im offiziellen Untersuchungsbericht zu den... Es sind die grössten Terroranschläge, die es je gab, 3000 Tote. Wenn im offiziellen Untersuchungsbericht zwei Gebäude drin sind und nicht drei, dann kann man nicht sagen, ja, war ein harter Tag und so, muss man nicht so kleinlich sein, was seid hier für eine aufgescheuchte Runde. Es sind ja noch ganz andere Sachen, die gar nicht vorkommen. Da steht dann irgendwo in der Fussnote auf Seite 400 noch was, die Finanzierung der Anschläge haben wir nicht untersucht. Genau. Weil das schien uns nicht weiter relevant. Oder irgendwie so eine Art... Und zu den Put-Optionen steht, ja, gab es. Aber wir konnten es nicht zu Osama Bin Laden zurückverfolgen, darum haben wir es gelassen. So, genau. Also, Basics sind überhaupt nicht untersucht worden. Es ist einfach, der Bericht tagt gar nichts. Aber um noch mal kurz bei dem WTC7, damit das auch vielleicht für die Zuschauer, dass man nicht so ganz im Nebel hängt, okay, das ist jetzt nicht in dem Bericht drin, ja, was ist denn nun eigentlich passiert? Es gibt im Moment eine Untersuchung. Gestern veröffentlicht. Genau, und zwar, das ist von dem Professor Leroy Halsey von der Universität of Alaska in Fairbanks. Der macht seit einem Jahr, das ist ein Professor für Bauingenieurwesen, sehr erfahrener Mann, der macht seit einem Jahr an seiner Uni eine hochprofessionelle Untersuchung, indem er das Gebäude 7 nachbildet im Computer und das rekonstruiert. Dieser Abschlussbericht wird jetzt in wenigen Wochen veröffentlicht. Und dann werden wir mehr wissen. Also, es wird aktuell dazu tatsächlich auf hohem wissenschaftlichen Niveau geforscht. Man muss das nur zur Kenntnis nehmen. Und Leroy Halsey hat jetzt schon gesagt, er ist der führende Forscher zu WTC 7 weltweit, er hat jetzt schon gesagt, Feuer kann nicht die Ursache sein. Er hat es schon gesagt. Ich habe mir den Vortrag von ihm angeguckt, da ist schon so eine Stunde. Also man muss sagen, die amerikanischen Kollegen sind weiter in der Forschung, als was wir hier in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich haben. Und man muss auch mal sagen, wenn Leute jetzt angreifen, ja, die Verschwörungstheorie, man lief es ja auch öfter, ja, Daniele Ganser wird ja sehr viel angegriffen, und hat gesagt, ja, Herr Ganser behauptet zum Gebäude 7 und wer ist überhaupt Herr Ganser und Baustatik und so weiter. Nein, man muss das mal ganz klar sagen. Daniele Ganser zitiert amerikanische Quellen. Er zitiert einen Verband von Architekten und Ingenieuren. Und das sind jetzt nicht zwei oder drei. Das sind 3000 Architekten und Ingenieure, die sagen nicht, wir wissen, was gewesen ist, sondern die sagen, wir fordern eine neue Untersuchung des Zusammensturzes der Türme. Aber das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Weil man gerät heute ins Fadenkreuz, weil man in einer offenen Gesellschaft Zweifel äußert. Ja. Und das sind eben keine Zweifel von irgendwelchen Leuten, sondern Zweifel von mehreren tausend Fachleuten. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Ich möchte das jetzt sagen. Also, ich habe großen Respekt für die Arbeit über WTC 7. Und da gibt es sehr viele Leute, die darüber sprechen. Aber immerhin, wenn die amerikanische Regierung nicht Beweise vorlegt, dass Muslime Flugzeuge entführt haben und nicht mal, dass die Flugzeuge gestürzt sind, dann ist das natürlich ganz normal, dass die Gebäude zersprengt wurden, alle drei. Ich meine, das ist ganz logisch. Ich meine, die können doch nicht gesprengt werden, wenn es keine Flugzeuge entführt gewesen sind. Das geht einfach nicht auf. Also, das ist natürlich komplementär. Aber ich meine, die ganze Geschichte ist so absurd von A bis Z. Das ist das Problem. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, das auch nicht so allgemein diskutiert wird. Die zwei Gebäude, also nicht WTC 7, die sind überhaupt nicht abgestürzt. Die sind pulverisiert von oben nach unten. Das kann man auch nachlesen. Das kann man auch nachsehen auf die Videos. Also, die fallen nicht zusammen. Die pulverisieren sich von oben bis unten. Und dann entstehen Wolken. Und in diesen Wolken gibt es nicht nur Zement und nicht nur das Mobiliar, sondern Menschen. 1120 Menschen sind in diesem Staub. Und die New Yorker atmeten die Menschen. Und darüber wird nicht berichtet. Ich habe 2004 den Hausmeister des Nordturms getroffen. Der also für eines der Treppenhäuser im Nordturm zuständig ist. Das ist Rodriguez? Rodriguez. Und mit dem gesprochen und ein Interview mit ihm gemacht. Der auch geehrt wurde und dann wieder entehrt. Ja, und der sagt ganz klar und deutlich, er war da morgens in seinem Hausmeisterraum mit noch vier, fünf, sechs Kollegen. Und auf einmal vibriert es irgendwie. Und er sagt, das hörte sich an oder fühlte sich an, wie wenn einer schwere Möbel rückt oder ein Klavier rückt und der Boden vibriert. In dem Moment geht die Fahrstuhltür auf und von unten kommt jemand in den Raum reingerannt, der gebrannt hat. Und er ruft noch schnell den Notarzt an oder rennt zum Telefon, will den Nottelefon anrufen. Und in dem Moment kracht oben irgendwas ins Haus oder so. Also der Hausmeister selbst sagt, da muss es eine Sprengung unten gegeben haben, weil ein Mann mit brennenden Klamotten kam von unten hochgefahren und wir haben den Notarzt für ihn besorgt. Also der wurde noch nicht mal von der 9-11-Kommission verhört, der Rodriguez. Und er hat dann irgendwie ein Statement abgegeben, was dann irgendwie auch veröffentlicht ist, wo er das auch nochmal erzählt. Aber ja, wenn solche Augenzeugen, jemand, der dort in dem Gebäude arbeitet, wenn der das sagt, und es wird nicht ernst genommen, das, was er sagt, dass die Täterfrage völlig ungeklärt ist, dass der Einsturz völlig ungeklärt ist, dass das Nichtabwehren der Flugzeuge, also das Nicht-Eingreifen der Luftabwehr einfach unmöglich ist. Alle diese Punkte, die wir in unseren Büchern aufgelistet haben. Aber wir haben noch nicht über Hanni Hanschur gesprochen. Und so weiter, und so weiter. Ich glaube, hier in dem letzten Band habe ich 49 Kapitel. Jedes einzelne von den unten haben wir immer das, was sozusagen, wenn man es forensisch, juristisch untersuchen wollte, wer als Zeuge aufgerufen werden müsste, um die Sache zu klären. Es hat bis heute keine vernünftige Untersuchung gegeben. Herr Beuthers, ich möchte... Und wenn wir das fordern, ein Satz noch, wenn wir das jetzt fordern, wenn wir als Verschwörungstheoretiker, Anti-Amerikaner, Antisemiten, ach Gott weiß alles, was denunziert. Aber wir fordern es trotzdem. Obwohl keiner von uns, also ich jedenfalls nicht, und ich glaube, die Kollegen auch nicht, irgendeine Theorie vertreten. Ich habe in über 1000 Seiten keine Verschwörungstheorie zum 11.09. aufgeschrieben oder behauptet, sondern ich habe die Ungereimtheiten der offiziellen Version aufgelistet und dokumentiert. Herr Bröckers, was mich wirklich interessiert ist, auch warum die amerikanische Öffentlichkeit, die New Yorker vor allem speziell, die an ihrer Stadt ja sehr hängen, das ist ja in New York selbst nochmal ganz anders wahrgenommen worden, kann man sich ja vorstellen, wenn in Manhattan zwischen 5 und 8 cm dicker Staub ist. Und du weißt genau, das sind eben auch deine Kollegen, die da mit eingeatmet werden. Es gab ja hunderte Aussagen von Menschen, die sich mit Krisensituationen dahingehend auskennen, dass es Teil dieses Berufs war. Polizei und auch New Yorker Feuerwehr, die dort waren, die alle ja durchgehend gesagt haben, Explosion, Explosion. Es hat nicht nur einer gesagt, x-mal. Es gab auch Aufzeichnungen. Warum, wie kann man das wegbügeln? Ich meine, die haben ja einen guten Ruf, die gelten ja auch als Helden. Während einfach ein Commission-Report veröffentlicht wird, der ja aber doch auf Folter basiert. Ja, da kommen die Medien ins Spiel, würde ich sagen. Ja, genau. Aber dass sich die Bürger das gefallen lassen, das verstehe ich nicht. Also wir wurden doch von, ich habe es einleitend gesagt, ab Minute 45 oder so kommt zum ersten Mal Bin Laden ins Spiel. Wir werden doch penetriert Tag und Nacht dann, die ersten Tage ganz massiv und bis heute mit immer wieder derselben Geschichte. Und deswegen kommen solche Punkte, wie wir sie in den Büchern auflisten, diese ganzen Ungereimtheiten, die himmelschreiend sind, kommen nicht aufs Tapet. Warum? Weil wir eben nicht Chefredakteur von ARD, ZDF, FAZ und Süddeutscher Zeitung sind, sondern freie Autoren oder Publizisten. Ja, wir haben nicht die Möglichkeit, das Publikum zu penetrieren mit unserer Botschaft, jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag. Eine Frage, warum sind Leute wie Norman Pech und Rolf Göstner, das sind mutige Leute, der Norman Pech ist, der war in der Linke, in der Bundestag, ein Völkerrechtler, ein gescheiter Mann. Rolf Göstner ist ein Menschenrechtler, auch ein mutiger Mensch. Warum wagen diese Leute sich nicht mit dieser Sache? Gibt die Frage immer anders, warum wagt auch ein Norm Schomsky nichts dazu zu sagen? Ja, das ist ein Schomsky. Ich kann aber auch ein gutes Beispiel bringen zum Thema, wer sich dazu nicht äußern möchte. Ich hatte ein Telefongespräch vor wenigen Jahren mit einem leitenden Redakteur von der ZEIT. Und die ZEIT hat damals eine Reihe gemacht, Verschwörungen der Woche. Da hatten sie so eine Rubrik in ihrer Zeitung. Da haben sie auch was zu 9-11 gemacht und da habe ich mit dem Kollegen telefoniert. Wir hatten schon öfter mal Kontakt. Und ich sage, warum machen sie nicht mal eine Pro- und Contra-Geschichte, gerade zu diesem Thema? Sie können doch 9-11 machen, eine Hälfte, ein Autor schreibt so, ein Autor schreibt die alternative Geschichte, die Leser können sich ein Bild machen. Einfach Pro und Contra ist ja nur mal das kleine Einmaleins im Journalismus. Und da sagt er zu mir am Telefon, das würde unsere Leser verunsichern. Und da war ich sprachlos, als ich das gehört habe. Aber so denken tatsächlich viele Journalisten. Dann sieht man auch, was sie für ein Berufsbild haben. Also natürlich würde das die Leser verunsichern, aber das ist doch der Weg. Ich habe genau das gleich erlebt. Also beim Schweizer Fernsehen, jetzt nicht die Arena-Sache, sondern Jahre zuvor, hatten die die Aufgabe, jedes Jahr in der Tagesschau ein Feature zu machen zum Jahrestag. Die ersten zehn Jahre. Also 11. September 2002 mussten sie das Thema aufgreifen. 11. September 2003. Die mussten immer 30 Sekunden füllen oder zwei Minuten. Irgendwie 2006 ruft mich das 10 vor 10 an. Das ist eine Schweizer Nachrichtensendung. Und die sagen, Herr Ganser, Sie forschen doch zum Thema. Wären Sie bereit, den neuen Forschungsstand zu bringen? Weil die wissen ja, die Historiker machen einen gewissen Fortschritt. Wir wissen heute viel mehr über 9-11. Wir wissen vor allem jetzt, dass es ganz klar ist, dass wir eine neue Untersuchung brauchen. Dann habe ich gesagt, ja, können wir machen. Ich würde dann einfach über WTC 7 sprechen wollen. Ich würde dann erklären, dass es zusammengestürzt ist. Und die Journalistin, die angerufen hat, hat gesagt, ist das das Gebäude, das vom Flugzeug getroffen hat? Dann habe ich gesagt, nein. Und dann muss ich wieder A, B, C erklären. Nein, das Gebäude wurde nicht durch ein Flugzeug getroffen. Dann hat sie gesagt, ah, sehr interessant. Ich notiere das. Also, wie viele Gebäude sind dann zusammengestürzt? Dann erkläre ich, ja, drei, ja. Aber zwei Flugzeuge. Dann hat sie gesagt, gut, sie geht in die Redaktion, sie ruft mich zurück. Sie findet das sehr spannend. Ich denke, die ruft zurück, ich gehe dann nach Zürich in die Redaktion, wir drehen das Feed schon. Dann ruft die mich zurück und es ist genau das Gleiche, was Herr Schreier gesagt hat. Sie hat genau den gleichen Satz, darum frappiert es mich jetzt so. Sie hat gesagt, Herr Ganser, wir haben das besprochen, wir möchten das nicht machen, das würde die Zuschauer beunruhigen. Und was man dann gesendet hat, ich habe mir dann das natürlich auch verunsichert, ja, ist ja ähnlich. Und was sie dann gesendet haben, ist lustig, oder? Die mussten die zwei Minuten füllen. Dann haben sie einfach über den Stand der Wiederaufbauarbeiten und dass da ein Monument gebaut wird. Man kann ja wirklich das Thema so angehen, dass man nie in den Kontakt mit den kritischen Fragen kommt. Und das ist eine unglaubliche Leistung des Journalismus. In den letzten 16 Jahren, dass man alle kritische Fragen wie WTC7, wie fehlende Passagierlisten, wie Put-Optionen. Pulverisierte Maschinen. Pulverisierte Maschinen. Physik hat frei. War Games. Also ich habe genau, Herr Bröckers, die gleichen Daten dann irgendwann gesichtet bei den War Games, wo einer zum anderen sagt, ist das Real World oder Exercise? Also ist das jetzt echte Welt oder ist das Exercise? Das heisst, die meisten Journalisten wissen nichts über diese War Games. Aber für mich als Historiker ist es doch völlig klar, dass wenn wir die USA beobachten und uns fragen, von wo wäre überhaupt das Imperium bedroht? Wäre es Mexiko oder Kanada? Eher nicht. Also eine Invasion auf dem Land eher nicht. Das ist ja wie der Schweiz ganz anders. Aber bei den USA ist es klar, übers Land kommt niemand. Zweite Gefahr. Jemand kommt mit dem Schiff eher unwahrscheinlich. Atlantik ist groß, Pazifik ist groß. Dann ist ganz klar, und das ist in der amerikanischen Militärgeschichte also hundertmal dokumentiert, die bereiten sich vor, dass ein Luftangriff kommt. Also die alte Idee war ein Luftangriff von dem sowjetischen Imperium. Raketen. Genau. Darum war man ja ultra gestresst, als Khrushchev Atomraketen auf Kuba 1962 aufgestellt hat. Nachdem man selbst welche in der Türkei hatte. Ja, das hat man dann verdrängt. Und dann hat man halt gesehen, das wäre ein schnellerer Luftangriff. Das heisst, es ist für jeden Analytiker, der geostrategisch oder militärhistorisch geschult ist, ganz klar, dass man den Luftraum anschaut. Und 9-11 war eine Operation im Luftraum. Nur das Interessante ist, kein Abfangjäger greift ein. Über Stunden. Das ist so, wie wenn Sie ein Champions-League-Spiel haben, zum Beispiel Real Madrid gegen Bayern München. Dann ist da ein Spieler, der bekommt den Ball und man greift den nicht an. Der geht vor und trippelt nach vorne, trippelt da noch, macht noch irgendwie irgendwelche Spaß. Da ist eine große Runde übers Pentagon geflogen. Das bestgesicherte Gebäude der Welt. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Also ich bin ein bisschen überrascht. Das überrascht über eure Überraschung. Das heisst, ihr spricht immer noch über diese überraschenden Aspekte des 9-11. Aber das ist doch heute ganz klar, dass das ganz gemacht wurde. Nicht nur uns, sondern auch viele von den Zuschauer wissen das ganz genau. Und wir haben ein Problem hier. Das Problem ist eben, dass die gesamte Institutionen, alle Institutionen der Gesellschaft, das Lügen, 16 Jahre. Und wir haben eine Gesellschaft, die nicht mehr funktioniert. Und das ist das Problem. Nicht 9-11, sondern die Dysfunktionalität der Demokratie und des Rechtsstaates. Und ich möchte jetzt zum Rechtsstaat zurückkommen. Und zwar ein Mann, der heisst Amri, der wurde in Milano erschossen. Ohne Gerichtsverfahren. Er wurde beschuldigt ohne Gerichtsverfahren. Und der Bundestag, es gibt keinen einzigen Vertreter im Bundestag, der gefragt hat, ja, der wurde beschuldigt, er wurde erschossen ohne Gerichtsverfahren. Und es gibt also kein Gerichtsverfahren über diesen Mann. Das heisst, man kann heute nach dem Verständnis des Bundestagsmitglieders jede Person umbringen aufgrund von Vermutungen. Also das heisst, es wird nicht untersucht. Aber der Punkt Gerichtsverfahren ist ein ganz guter Punkt, wenn ich es kurz einhaken darf. Weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Es gibt ja nach 9-11 ein Gerichtsverfahren. Es gibt ja mutmaßliche Hintermänner. Es gibt Khalid Shaikh Mohammed und zwei andere, die in Guantanamo seit 2002 schmoren. Und das Gerichtsverfahren läuft im Moment. 2012 wurde die Anklage verlesen. Also das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen. Mehr als zehn Jahre nach dem Anschlag wurde überhaupt erst die Anklage verlesen. Und im Moment läuft das Verfahren. Und diese Angeklagten sitzen in Guantanamo, wo wir ja wissen, was dort gelaufen ist. Und das ist die juristische Aufarbeitung von 9-11, die im Moment immer noch läuft. Was wir eben auch noch sagen sollten, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Seither ist ja das Übelste, was man überhaupt tun kann, nämlich in einem Rechtsstaat Menschen zu foltern. Standard. Es wird gefoltert. Wir haben noch gar nicht, was dann, Abu Greib, die Bilder. All das basiert darauf. Das wird einfach hingenommen. Das sind Pannen. Und Herr Jebsen, Herr Jebsen, dann darf ich das mit der Folter. Aber ich habe jetzt im Schweizer Fernsehen, das ist nicht irgendwann, sondern gerade jetzt vor wenigen Wochen, vor wenigen Monaten, habe ich das gesagt, dass der 9-11-Bericht, wenn man ihn anschaut, über die Fussnoten, was die wenigsten machen, dass dann am Schluss eigentlich immer als Quelle CIA und FBI angegeben wird, bei den heiklen Passagen. Und dort hinten dran steht Folter. Und dann habe ich im Schweizer Fernsehen gesagt, der 9-11-Untersuchungsbericht beruht auf Folter. Und ich habe mir gedacht, das muss doch in der Schweiz und auch in Deutschland jedem unangenehm sein, dass man eine Geschichtsschreibung hat, die auf Folter beruht, weil da weiss jeder, das kann nicht stimmen. Und da war, und das ist eigentlich das Traurige für mich, über die Funktionierungen oder die Dysfunktionalität der Medien, da hat der Schweizer Journalist Roger Schawinski gesagt, das sind alles Verschwörungstheorien, 9-11 ist geklärt. Das heisst sogar, wenn man darauf hinweist, dass wir in einem Zeitalter leben, wo die Rahmenerzählung, Rainer Mausfeld würde von einer Rahmenerzählung sprechen, oder wir könnten den Frame nennen, der Frame ist der Terrorframe. Und wenn man ausserhalb denkt, im Sinne von, nee, gibt es nicht einen grösseren Frame, US-Imperialismus, man heißt, no, 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 husch, husch, schweig. Wenn man sozusagen die Rahmenerzählung hinterfragt, dann wird das als Verschwörungstheorie bekämpft, und man legitimiert lieber noch die Folter. Also das ist ja ein Zustand, das hätte ich wirklich nicht so gedacht. Aber ich möchte zurück, Sie sagen ganz wichtig, weil das auch... Aber ich möchte diese Folter überhaupt nicht diskutieren. Sie sagen das, das ist richtig. Wir können erkennen, dass das alles nicht hinterfragt wird, dass das alles hingenommen wird, und zwar von allen Schichten der Gesellschaft, dass mit dieser Gesellschaft was nicht stimmt. Was stimmt Ihrer Meinung nicht? Nein, nein, klar. Sehen Sie, ich wollte jetzt diese Frage von Folter. In Deutschland wird nicht gefoltert. Also ich habe keinen Anlass, das zu sagen. Aber diese ganze Idee, 9-11, Folter, Amerika und so weiter, ich stimme Ihnen zu, aber wir leben in Deutschland. Und wenn ich sehe, was hier in Deutschland läuft, dann interessiert mich weniger, was in Amerika läuft. Mich interessiert, was in Deutschland läuft. Und wenn wir 600, über 600 Leute im Bundestag haben und die akzeptieren, dass Menschen ohne Gerichtsverfahren ermordet werden, wie der Amri. Und auch keine Aufarbeitung stattfindet, keine Soko, nichts. Ich habe einen Mitglied des Bundestages geschrieben, der Linken, nicht CDU, Linke. Und ich habe gesagt, interessiert das nicht der Bundestag, in welchen Umständen Amri getötet wurde. Wurde er getötet? Wurde er hingerichtet zum Beispiel? Und wenn er hingerichtet wurde, warum? Er hat gesagt, das interessiert uns nicht. Hallo? Dann kann man also heute die Strafgerichte in Deutschland abschaffen und viel Geld sparen. Weil man kann sagen, die Polizei hat diesen Mann ermittelt, die hat diesen Mann als schuldig betroffen. Also der war geschuldig. Genannt? Genannt, der ist schuldig. Also die Polizei kann einfach sagen, ja, der ist schuldig, den stellen wir in Gefängnis, oder der ist schuldig, wir erschießen ihn. Also das ist so eine Katastrophe, so ein Skandal des Rechtsstaates, dass die Bundestagsmitglieder akzeptieren, dass jemand einfach ermordet wird ohne Gerichtsverfahren, ohne eine Untersuchung. Auf den Verdacht, den das er... Und das ist der zweite, der andere war der mutmaßliche Angreifer von Würzburg. Er wurde von der Polizei ohne Zeugen einfach erschossen. Und es war eine Mitgliederin des Bundestags, sie hat dann Fragen gestellt, also die Renate Künast von den Grünen hat gesagt, ja, in welchen Umständen, warum wurde kein zum Beispiel irgendein Theser oder irgendwie, warum wurde der nicht erfasst? Und dann wurde sie kritisiert von der Polizei, dass sie überhaupt solche Fragen stellt, weil sie damit das Vertrauen in die Polizei unterminiert. Also wenn ein Bundestagsmitglied nicht fragen darf, warum jemand erschossen ist von der Polizei, dann leben wir nicht mehr in einem Rechtsstaat. Und da habe ich also sehr, sehr große Sorgen. Und also die Amerikaner haben sie im Recht mit Folter und so. Aber hier in Deutschland, wir leben mit 600 Mitgliedern des Bundestags und da spricht kein einziger darüber. Das macht mir sehr viel Sorgen. Herr Davidson, ich möchte an dieser Stelle mal zu einer Hypothese kommen. Und zwar, dass wir uns vielleicht alle die Gedanken darüber machen, was würde passieren, wenn eine neue Untersuchung in den Vereinigten Staaten herausfinden würde, ja, das war ein Inside-Job. Was, wären wir weiterhin Verschwörungstheoretiker? Oder was würde mit der Gesellschaft passieren, wenn Klaus Kleber das zugeben müsste? Ist so. An wen geht die Frage? An sie alle. Ich fange bei Ihnen an. Bei mir geht es los. Also, in der Schweiz offiziell, Ermittlungen, es war die Busch-Administration. Also ich fände, das wäre extrem erschütternd. Also ich denke, die... Glauben Sie, dass die Leute das... Ja, weil im Moment, also ich kann nur für die Schweiz sprechen, wenn das dann die Neue Zürcher Zeitung schreibt, ja. Ja. Busch hat Terroranschlag über kriminelle Komplizen organisiert, ja. Das wäre für viele Leute, wäre es eine massive Erschütterung ihres Weltbildes, würden sie sich sagen, wir wissen zwar, dass Busch gelogen hat beim Angriff auf den Irak, aber sie sagen dann, ich habe das in Gesprächen, ja, in Gesprächen hinter vorgehaltener Hand sagt man mir immer wieder, ja, Herr Ganser, wir wissen, dass es Lüge gibt in der internationalen Politik. Das ist geklärt, also da müssen wir nicht... Aber das, aber so schlimm sind sie doch nicht. Genau, man sagt doch, also das habe ich einfach immer... Angst, die eigenen Menschen töten, das wäre dann, das wäre dann... Das wäre schon, ich glaube, das wäre wirklich eine massive Krise. Die Psychologie nennt das Phänomen ja kognitive Dissonanz. Ja. Wenn, ja, man hat das, was weiss ich, ein Vater misshandelt sein Kind, ist also ein Gewalttäter, es ist aber gleichzeitig der Vater und der ist ja auch manchmal liebevoll und nett und so ist diese Person, die wird einerseits geprügelt, andererseits geliebt, sie muss eins von den beiden ausblenden, ja, so, sonst wirst du verrückt. Und so ähnlich, glaube ich, ist es mit 9-11 oder wenn wir uns fragen, bei der Offensichtlichkeit der Ungereimtheiten. Ich habe schon öfter mal gesagt, wer sich mehr als... Wer sich nur zwei Stunden mit dem Thema beschäftigt und in einem dieser Bücher liest, der stellt fest, dieser Fall muss nochmal untersucht werden, weil er ist noch gar nicht untersucht worden, ja. So, wenn das dann rauskäme, Inside Job war das, da waren Geheimdienstler mit drin, dass da von den 19 Hijackern, 15 aus Saudi-Arabien kamen, von derselben Konsulat reingeschleust, also das waren auch höchstwahrscheinlich Agenten, also das alles kommt raus, dann entsteht auch beim Publikum eine kognitive Dissonanz. Kann es sein, dass unser Staat, unsere Volksvertreter, wir sind doch eine Demokratie, wir können wählen und das sind doch alles vertrauensvolle Leute, kann es sein, dass der Staat zu solchen Verbrechen fähig ist und dass er die durchführt. Und dann denken eben ganz viele, das doch dann eher nicht. Deshalb kommt dann eben, auch wenn ein Ganser da das aufzählt, die Leute sagen, ja, wir wissen ja, sie lügen und sie betrügen und sie machen alles Mögliche, aber das, das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ein bisschen so, wenn man mal nach einer Analogie sucht, mir kommt das in letzter Zeit öfter in den Sinn, als Khrushchev an die Macht kam und quasi offiziell gesagt hat, es gab unter Stalin große Verbrechen. Da gab es diesen Prozess in der Sowjetunion und im Ostblock. Da wurde erstmals seit Jahren, ja seit Jahrzehnten gesagt, unsere Regierung ist in große Verbrechen verstrickt gewesen. Und das kam von der Regierung, von oben. Die hat das gesagt. Und dann gab es einen Prozess im Land, wo wirklich dann die Leute damit umgehen mussten, mit dieser unglaublichen Dissonanz. Und mir kommt das wirklich ein bisschen so vor, wir sind eigentlich heute jetzt hier vor dieser, vor Khrushchev in der Sowjetunion, was das angeht. Es gibt diese gigantischen Staatsverbrechen und es darf noch kein Bewusstsein darüber hergestellt werden. Es ist also ein, dieser Prozess steht uns noch bevor, aber es gibt eben historische Fälle, wo es so etwas, so ein Prozess ist. Darf ich da noch etwas sagen? Aber ich teile eure Meinung nicht. Nein, ich teile eure Meinung nicht. Erstmals wird es keine Untersuchung geben. Und der Grund ist, dass die ganze imperiale Politik des Westens auf diese Geschichte aufbaut. Das heißt... Angewiesen ist. Das heißt, World Terror und so. Das heißt, die ganze internationale westliche Politik ist darauf aufgebaut. Es ist also nicht wie in der Sowjetunion, dass da eine Änderung in der Staat und so weiter, also die Verbrechenden von Stalin und so, das war nicht ein, sagen wir eine, das hat nicht das System gehalten insofern. Aber 9-11 und das Krieg gegen den Terror ist eine, das ist die Basis der heutigen imperialistischen NATO-Politik. Das ist ein stabilisierender Faktor. Ja, genau. Das heißt, es kann einfach nicht geklärt werden ohne Revolution. Nur eine Revolution, eine kulturelle Revolution in den Meinungen kann dafür führen. Ich sehe überhaupt nicht eine Möglichkeit, weder in der UNO noch in der USA, ganz abgesehen von der USA, sogar die UNO wird nicht, also eine Mehrheit in der UNO wird nicht einen Vorschlag machen, zum Beispiel für die Errichtung einer internationalen Untersuchungskommission. Da wird keine Mehrheit gefunden sein, weil kein Staat sich wagen würde, das zu unterstützen. Aber Herr Davidson, ich glaube, dass uns allen klar ist, dass diese Untersuchung so schnell nicht kommen wird. Aber die Frage war ja auch hypothetisch, was würde denn passieren, wenn das denn dann plötzlich Mainstream wäre? Was, Frage an Sie direkt, was würde erschütternder sein? A, dass der Staat zu solchen Dingen fähig ist, oder aber, dass man das, was man dann weiß, hätte alles schon längst wissen können, dass unsere Medien das aber nicht getan haben und damit als Korrektiv für die Politik flachfallen. Was wäre der härtere Impact für die Bevölkerung? Also für die Bevölkerung, das kann ich nicht sagen. Also es ist so hypothetisch, meiner Meinung nach, so eine hypothetische Frage, die ich nicht beantworten will, wenn es überhaupt eine Untersuchung stattfinden wird, dann ist schon eine Revolution vorhanden. Das heißt, es kann keine Untersuchung stattfinden, bevor schon ein bewusst ist, das ist alles gelogen. Das heißt, eine Untersuchung kann nur stattfinden, wenn eine große Mehrheit der Bevölkerung, die eine Untersuchung verlangt, und das heißt, die Bevölkerung weiß schon, dass es nicht richtig ist. Insofern ist das eine völlig hypothetische Frage. Das hat ja was Prozesshaftes. Also es kommt ja immer darauf an, wie viele Menschen wissen das und wie groß ist die Menge der Menschen, die das wissen, die davon überzeugt sind, die sich engagieren. Das ist ja ein Prozess. Natürlich. Also es werden mehr Menschen, es werden nicht weniger, es werden mehr Menschen auf jeden Fall. Wie lange das dauert, ist natürlich nicht abzusehen. Noch kurz dazu, wie lange es dauert. Ich habe mich ja mit dem Mord an JFK, an John F. Kennedy beschäftigt, der jetzt schon 53 Jahre her ist. Im kommenden Oktober sollen die letzten Akten, die bisher geheim gehalten werden, immer noch, die sollen jetzt im kommenden Oktober freigegeben werden. Die letzten insgesamt 3000 Akten in Behördenbesitz, die sollen freikommen, sodass man dann den Kennedy-Mord richtig untersuchen könnte. Man kann natürlich davon ausgehen, dass da auch schon einiges verschwunden ist in den letzten 50 Jahren, aber gehen wir mal davon aus, jetzt kriegen wir alle Akten. 9-11 ist 16 Jahre her, Kennedy-Mord ist 53 Jahre her und noch immer nicht geklärt. Dass Lee Harvey Oswald nicht der Einzeltäter war, ist für jeden, der sich mehr als eine Stunde mit dem Fall beschäftigt, völlig klar, dass dieser Fall seit 50 Jahren vertuscht wird auch, dass viele Leute ums Leben gekommen sind und so weiter und so weiter, ist auch jedem völlig klar. Und trotzdem ist noch nicht mal JFK aufgeklärt. Aber Herr Bröckers, und das ist, glaube ich, das, was uns zum Ende dieser Sendung vielleicht Hoffnung machen sollte. Es gibt etwas, was sich verändert hat. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der es eben auch, ja, Geschwister-Scholl-Digital gibt, sage ich mal. Wir sind ja, das ist das, was wir tun können. Und wir leben heute in Zeiten, wo man gar nichts mehr genau sagen kann, weil die Zeiten, über die wir bisher gesprochen haben, waren in ihrer Instabilität immer noch deutlich stabiler, als das heute der Fall ist. Niemand konnte damit rechnen, dass so jemand wie Trump ins Amt kommt und auch unberichtbare Politik macht. Wie dicht sind wir denn vor einem wirklichen Change, einem wirklichen Wandel, wo was völlig anderes global passiert, weil Sie wissen es als Historiker, deswegen, Herr Ganser, vielleicht können Sie antworten, man kann machen, was man will, aber irgendwann kommt doch was raus. Irgendwann geht jemand ins Archiv und sagt, jetzt ist die Sache eindeutig, aber dies betrifft es nicht alle schon tot. Wie lange dauert das noch, bis das klar ist? Und wie dicht sind wir vor einem Wechsel? Sind wir dichter dran, als wir glauben? Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier ein Datum nennen kann. Das ist wirklich nicht möglich. Aber wenn wir über Revolution sprechen, würde ich jetzt hier den Begriff Bewusstseinsrevolution einbringen. Weil Bewusstsein ist ja eigentlich das, was wir denken, was wir fühlen und das verändert sich immer wieder. Und da kann ich einfach aus der Geschichte ein Beispiel nehmen, das mir ein bisschen am Herzen liegt, aus der Schweiz kommen, das ist die Einführung des Frauenstimmrechts 1971. 71. Ja. Das ist einfach, da haben wir die Fakten. Und da war einfach das Bewusstsein, zuvor, da durften nur die Männer stimmen, da hatten die Männer das Bewusstsein, dass sie gesagt haben, die Frauen dürfen wir nicht stimmen lassen, das wird das Land ruinieren. Okay, das war einfach das Bewusstsein damals. Und man hätte gedacht, das bleibt für immer so. Und dann hat sich aber auch eine kleine Gruppe, Frauen, mutige Frauen hingestellt und gesagt, das kann doch so nicht sein. Was ist denn das für eine Haltung? Ja, so wie wir jetzt sagen, das kann doch nicht sein, dass man hier einfach 9-11 nicht genau anschaut, dass man nicht genau ist, dass man nicht gründlich ist, dass man nicht mutig ist, dass man nicht ehrlich ist. Das ist all diese Tugend, die wir eigentlich unseren Kindern und Enkeln weitergeben möchten. Und dann kam 1971 der Umbruch. Und natürlich, jetzt dürfen die Frauen wählen und abstimmen. Ich bin sehr froh, dass das jetzt so ist. Aber bei 9-11 ist es schwieriger. Da bin ich absolut der Meinung. Ich glaube auch, das, was Sie gesagt haben, Herr Schreier, ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt solche Umbrüche wie eben im Stalinismus. Oder wenn wir hier über Deutschland sprechen, wenn wir in so einem Flugzeug auch sitzen, muss man sagen, als Deutschland besiegt wurde, konnte man über die Verbrechen des Nationalsozialismus sprechen. Aber das US-Imperium ist jetzt noch am Drücker. Die sind nicht besiegt. Die sagen, wo es lang geht. Aber steht es nicht auf tönenden Füssen? Weil sie gewinnen ja keine Kriege mehr. Ja, es steht auf tönenden Füssen, weil die moralische Integrität des Imperiums ist weg. Jeder sieht, dass das nicht in Ordnung ist, wenn man foltert. Jeder sieht, dass es nicht in Ordnung ist, wenn man Länder überfällt. Also die Integrität. Das, was Chomsky eben auch sagt, als Chance die zweite Welt macht, ist die öffentliche Meinung. Genau. Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Norm Chomsky gehört natürlich zur amerikanischen Friedensbewegung. Und meine Hoffnung ist, dass die amerikanische Friedensbewegung natürlich sich mit der europäischen Friedensbewegung vernetzt, was jetzt digital eben möglich ist. Ich glaube, da bin ich nicht ganz bei Ihnen, Herr Bröckers, dass wir nicht die gleichen Zyklen haben wie bei Kennedy. Weil bei Kennedy hatten wir noch kein Internet, wir hatten kein YouTube, wir hätten kein KenFM gehabt. Und jetzt kann ich mich einfach erinnern, als ich das erste Mal auf dem Internet war, da habe ich in Amsterdam studiert, da weiss ich noch das Jahr 1996. Das war vor 20 Jahren. Und als das erste Smartphone überhaupt reinkam, das war 2007, hat Steven Jobs das erste Smartphone vorgestellt. Das ist vor zehn Jahren. Das heisst, die Zyklen werden immer kürzer. Wir haben jetzt eine digitale Revolution, die die Medien völlig erfasst hat. Innerhalb dieser digitalen Revolution können sich eigentlich die Menschen selber schlau machen, wenn sie wollen. sie können immer noch Tagesschau schauen, wenn sie wollen. Aber sie müssen nicht. Es gibt da keine Kette, die sie vor den Fernseher fesselt. Das heisst, wer möchte, kann selber aktiv definieren, was ihn interessiert und dort recherchieren. Und das kann natürlich die Revolution im Bewusstsein näher heranziehen. Beschleunigen. Also das wäre eine positive Vision. Weil ich möchte auch etwas Positives sagen. Noch nie waren die Möglichkeiten für die Recherche für einen jungen Menschen so einfach wie jetzt. Weil ich, als ich angefangen habe zu den NATO-Geheimarmälen, da habe ich noch Zeitungen so geblättert und gesucht. Dann kam das Internet und wir hatten digitale Archive, da konnten wir Stichworte eingeben. Das wissen wir alle, als Forscher, die wir sind, dass natürlich jetzt die Möglichkeiten der Recherche stärker sind und dass auch die Bandbreite des Angebots an Kommunikation, die da ist, breiter ist. Und das ist grundsätzlich eine positive Entwicklung neben all den Problemen, die wir besprochen haben. Und ich sehe bei dieser positiven Entwicklung schon eine Möglichkeit, dass die Friedensbewegung stärker wird. Also ich hoffe es. Wir können gerne in zehn Jahren wieder darüber sprechen. Ich hoffe das auch, aber ich bin ein bisschen pessimistischer, weil ich, wie gesagt, noch nicht mal den Kennedy-Mard Mord an einer Person, also nichts mit 3000 Toten und so weiter und so weiter. Nicht mal der ist aufgeklärt. Wir haben es ja schon mal erwähnt, der Begriff Verschwörungstheoretiker als inquisitorische Methode, Leute, die andere Meinungen haben, zu diskriminieren oder zu eliminieren, sozusagen im Diskurs, das kam mit Kennedy auf. Ja, weil erste Kollegen damals Bücher veröffentlicht haben, da stimmt doch alles nicht. Genau. Und mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dieser inflationäre Gebrauch des Begriffs Verschwörungstheoretiker, der hat beim Publikum zumindest doch schon dazu geführt, dass die Leute das jetzt auch nicht mehr hören wollen. Abgegriffen. Ist abgegriffen. Ist abgefrühstückt. Was Neues ist ja jetzt Fake News, sozusagen. Hier Ken FM macht Fake News. Zeitungsenten. Zeitungsente. Ist ja früher, hieß das ja früher. Hieß es früher Ente. Also ich teile natürlich den Optimismus, was das Netz angeht und die digitale Möglichkeiten, sich zu informieren. Ich selbst hätte diese Bücher ohne Internet auch gar nicht schreiben können als einzelne Person. Also da hätte ich noch fünf Assistenten gebraucht, die meine Bibliotheksrecherchen machen ansonsten. Ja, das könnte einen möglicherweise dazu bringen, dass man ein bisschen optimistischer denkt, was die Aufklärung angeht. Ich glaube aber, also ich persönlich bin nicht so optimistisch. Ich glaube, ich werde es nicht mehr erleben, dass 9-11 aufgeklärt wird. Also diese Bewusstseinsrevolution, die vielleicht kommt, aber die wird dann noch 50 Jahre dauern. Der Bush hat ja auch die Akten auf 75 Jahre gesperrt. Also wenn man jetzt wirklich historisch forschen will und gucken will, was haben denn Bush, Cheney und Co. am 12., 13., 14. September getrieben, das kriegen wir über die Akten die nächsten 70 Jahre oder jetzt sind es nur noch 60, nicht bewiesen. Und deshalb habe ich die Befürchtung, wir müssen noch länger mit diesem Skandal leben, dass das größte Verbrechen dieses Jahrhunderts, der jüngeren Geschichte, unaufgeklärt ist und dass auf Basis dieser Nicht-Aufklärung schreckliche imperialistische Politik gemacht wird und Krieg geführt wird. Ich würde, ja. Herr Bröckers, danke dafür. Ich möchte jetzt doch die Schlussrunde einleiten, weil wir sind jetzt schon über zwei Stunden bei diesem Thema und vielleicht doch noch was Positives, wir haben viel Positives, aber zum Schluss noch was Positives vielleicht von Ihnen allen abfordern. Herr Schreier, ich fange bei Ihnen mal an. Wo sagen Sie, das ist etwas Positives, was durch den 11. September für Sie ganz persönlich vielleicht entstanden ist? Ohne den 11. September hätte ich diese Erfahrung nicht machen können, das ist eine positive Erfahrung. Können Sie den Leuten, den Jungen, die sich entschließen, vielleicht auch Journalisten werden, vielleicht Mut machen? Ja, für mich, wie ich es vorhin schon ganz kurz gesagt habe, war es für mich einfach der Einstieg in den Beruf. Ich bin tatsächlich aufgrund des 11. September zum Journalismus gekommen und das ist ja heute der Beruf, mit dem ich mein Brot verdiene und Bücher schreiben, Artikel schreiben, recherchieren, das ist durch dieses extreme Ereignis und dadurch, dass die Medien eben darüber nicht berichtet haben, nicht umfassend berichtet haben, dadurch bin ich in diesen Beruf hineingeraten. Also für mich war es eine Chance. Ja, ich stand zwar auch oder stehe auch neben dem Mainstream und werde auch beäugt als Verschwörungstheoretiker und wie auch immer. Aber gut, trotzdem kann ich in diesem Beruf arbeiten und ich würde gerne an das anknüpfen, was Daniele Ganser gesagt hat. Also wenn wir jetzt darüber reden, ja, wie lange kann das denn noch dauern, bis jetzt wirklich eine Aufklärung und ein Bewusstseinswandel. Ich denke, es gibt tatsächlich schon einen Unterschied zu der Zeit der 60er Jahre mit Kennedy. Insofern, das haben Sie schon gesagt, dass wir einfach jetzt einen anderen Zustand haben. Die Leute sehen das System einfach wesentlich kritischer und die Legitimität des gesamten Apparates, der gesamten Politik steht viel mehr in Frage als je zuvor. Und ich bin auch der Ansicht, dass wir in sehr instabilen Zeiten leben und dass man nicht sagen kann, was wird in zehn Jahren sein. Aber es ist doch absehbar, dass alles auf sehr tönernden Füßen steht und dass das Vertrauen in den Apparat, in die Politik, in die etablierten Strukturen ganz stark zurückgeht. Und das Positive daran kann tatsächlich sein, dass man Dinge in Frage stellt, die auch in Frage gestellt werden müssen, wie den 11. September, wie eine falsche Politik an vielen Stellen. Das ist wirklich die Chance, die in dieser Situation liegt. Herr Davidson, gab es für Sie nach all dem, was der 11. September an Negativen gebracht hat, etwas, wo Sie sagen, da bin ich dankbar dafür, dass es so gekommen ist, weil das hat mich weitergebracht. Gibt es was Positives für Sie? Also für mich ja. Ich habe enorm viel über die Strukturen, des Staates gelernt und über den Unterschied zwischen normalen Menschen, also gewöhnlichen Menschen, die ich umgehe, und jenen, die die Macht haben. Das heißt, ich habe gelernt, ich habe gelernt, wirklich, dass Macht korrumpiert uns sehr, sehr. Das heißt, das war eine Lektion für mich. Und ich sage, ich habe das Leben sehr gerne und besonders nach dieser Arbeit macht mich jede Blume und jeder Sonnenschein also glücklich. Und Musik und Kunst und so sehe ich mit noch schöneren Augen, dass die Welt, dass die Zivilisation, die wir haben, also ganz toll ist und zum Beispiel die Erfindung der Menschenrechte ganz wichtig ist, ein historischer auch ein historischer Erfolg ist. Und wenn man das alles zusammenträgt, was die Zivilisation schon gebracht hat, dann ist das ganz toll. Und ich arbeite, versuche eben, diese Zivilisation zu retten oder sagen wir nicht zu retten, sagen wir, dass sie nicht zugrunde geht mit Lügen und mit Bursartigkeit und so weiter. Und insofern sehe ich da eine sehr interessante moralische Herausforderung, wobei wir heute in einer Zeit sind, wo wir nochmal moralische Werte aufwerten sollen als Grundlage für unsere politische Tätigkeit. Ich möchte auch verstanden, was Sie sagen, genau über diese Legitimitätsprobleme. Also ich bin Pessimist insofern, dass ich nicht die Aufklärung von 11. September erwarte und auch nicht die Aufklärung von anderen Anschlägen, aber ich glaube, dass früher oder später Leute und die neue Generation auch sich zurück auf moralischen Werte berufen wird. Ohne moralische Werte kann keine Gesellschaft überhaupt funktionieren. Herr Bröckers, welche positive Entwicklung sehen Sie nicht nur trotzdem gerade wegen des 11. September? Also Hoffnung habe ich natürlich auch. Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es ja. Ich sehe auch, dass viele Leute und die Leute, die unsere Bücher lesen oder die auch diese Sendung sehen und die anderen Sendungen, die so eine kleine Gruppe von Aufklärern, sag ich mal, die versuchen, da hinter die Kulissen von 9-11 zu gucken, dass diese Leute, also dass das Publikum das honoriert und das sich auch toi 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 anstecken lässt, Mut zu haben, seine Meinung oder seine Haltung eben auch nicht zu verbiegen, sondern sie zu präsentieren, wie sie ist. Das Internet hat mir 2002, da steht es im ersten Buch, ich musste in diesem Buch damals übrigens noch erklären, auf Bitten des Verlags, was Google ist. Ja, muss man sich heute mal, ja, das Buch war schon fertig und dann rief mich der Verleger an, weil das ja auch auf Internet Recherchen basierte, Matthias, du musst noch mal erklären, was Google ist. Also, so schnell vergeht die Zeit, mittlerweile, ich habe es schon mal gefordert, müsste man eigentlich googeln, im ersten Schuljahr nach Lesen und Schreiben einführen, als drittes Schulfach, noch vorrechnen vielleicht, oder damit. Also, das Internet bietet Möglichkeiten, dass eben auch Botschaften und, ja, Bewusstseinswandel ganz anders und schneller passieren kann, als das noch vor 50 Jahren der Fall war. Insofern kann ich nur hoffen, dass der Bewusstseinswandel vorangeht und, ja, appellieren an Leute, beschäftigt euch hiermit, guckt es euch an, die Facts, die wir hier haben, die holen wir uns ja nicht aus der heißen Luft, sondern die sind da. Und wer sich damit beschäftigt, der findet ganz schnell, dass man 9-11 nochmal aufklären muss. Und wenn da sich genügend Leute finden, die das fordern, dann kann tatsächlich so eine Bewusstseinsrevolution stattfinden. Und, ja, dann kriegen wir eine bessere Gesellschaft. Also, wenn wir auf Basis von so einem Verbrechen weiter weggucken oder sagen, ja, ja, es stimmt schon, das ist schon alles faul da, aber ich will da nicht hingucken, ja, dann kann auch das alles nicht gut gehen. Und deswegen, der Fall ist so eklatant, die Widersprüche sind so himmelschreiend, dass man eigentlich nur mit halbwegs wachem Verstand da hingucken muss, um es zu erkennen. Und dann eben auch, wir haben noch eine Restdemokratie, sag ich mal, wir haben 600 Abgeordnete, die von uns gewählt werden wollen wieder in drei Wochen, ja, dann muss man diesen Leuten sagen, bitte, 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 kümmere dich darum, dass 9-11 neu untersucht wird. Keiner von uns vieren hat ja irgendeine Theorie, obwohl wir immer als Theoretiker deklariert werden, sondern wir haben nur gefunden, dass die offizielle Version die größte Verschwörungstheorie aller Zeiten ist und die sollte aufgedeckt werden. Aber vor allem habe den Mutlich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Hat der alte Kant schon ganz gut formuliert. Erkannt, wenn die 600 Abgeordneten nicht mitspielen. Herr Ganser, Sie als Schweizer und Mitglied der Friedensbewegung hat das Schlusswort. Gibt es irgendeine positive Erfahrung, die Sie ohne den 11. September nicht gemacht hätten? Ja, ich würde natürlich schon auch selber geprüft, ja, in meinen Werten, in meiner Standhaftigkeit, ob ich auch sozusagen unter Druck bereit bin, das, was ich als die Wahrheit in meinen Forschungsresultaten herausgefunden habe, in einer grösseren Öffentlichkeit standhaft zu vertreten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich das lohnt. Und zwar meine ich nicht, dass man dann gelobt wird oder dass es einfach wird. Also ich wurde sehr, sehr viel angegriffen. Und trotzdem geht es mir heute sehr gut. Also ich bin ein glücklicher Mensch, ich geniesse das Leben, ich finde es sehr, sehr spannend. und ich wäre gerne eine Inspiration für die Jungen, dass immer dann, wenn sie angegriffen werden, wenn sie diffamiert werden, wenn sie schwierige Zeiten durchmachen, wer macht das nicht? Also jeder macht schwierige Zeiten durch, dass sie sich dann eigentlich nach ihrem Gewissen richten. Sie sind überhaupt niemandem irgendetwas schuldig, außer ihrem Gewissen. Und wenn sie sich danach richten, dann können sie den Kompass irgendwie auch nicht verlieren. Sophie Scholl hat einmal gesagt, jeder Mensch hat die Maßstäbe in sich drin. Man kann schon eine Sendung schauen oder ein Buch kaufen, aber ist eigentlich gar nicht nötig. Der Mensch weiss von sich ganz drinnen, dass es falsch ist zu töten, dass es falsch ist zu lügen, dass es falsch ist zu foltern. Da braucht man keine universitäre Ausbildung, sondern das weiss man. Manchmal ist die universitäre Ausbildung so eher abträglich. Ich sage jetzt hier einfach, wenn man sich da wieder an Sophie Scholl erinnert und dann eben hört, dass sie sagt, diese Maßstäbe haben wir in uns, dann muss man auch wissen, wie der Satz weitergeht. Sie sagt dann, nur richten wir uns ganz selten nach diesen Maßstäben, weil es die härtesten sind. Und da habe ich halt schon diese Hoffnung, dass im Rahmen dieses Bewusstseinswandels, der sich eben vollzieht, dass in diesem Rahmen des Bewusstseinswandels die Friedensbewegung immer stärker wird. Also ich bin überzeugt, dass das so sein wird. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Kommen. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Ja, das war eine lange Sendung, die doch hinten raus recht frisch wurde. Das ist nicht die soziale Kälte, das ist der Herbst in Deutschland. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Bröckers. Herr Bröckers, riesen Applaus für Sie. Matthias Bröckers, ja, Spezialist auf dem Gebiet des 11. September, der als erster in Deutschland dieses Buch veröffentlicht hat. Paul Schreier, vielen Dank für das Kommen, auch dass Sie bei diesem Wetter durchgehalten haben mit Ihrem leichten Hemd. Danke, riesen Applaus. Herr Davison, Sie haben sehr interessante Aspekte hineingebracht, auch gerade mit Ihrem isländischen Hintergrund. Fand ich sehr interessant, auch welche Gedanken Sie zum Rechtsstaat, zur Justiz und vor allem zum Versagen verschiedenster Gesellschaftsschichten gemacht haben. Nicht nur alles auf die Eliten geschoben, sondern wir, die zu irgendeiner Gesellschaftsschicht ja auch gehören, wir lassen die Eliten ja auch gewähren und das heißt, wir sind selbst auch dahingehend Täter, dass wir die Täter machen lassen und wenn man dagegen angeht, indem man sich hinstellt, ein Rückgrat zeigt, ist das, glaube ich, der erste Schritt. Vielen Dank fürs Kommen. Und Herr Ganser, danke auch an Sie. Ich glaube, dass Sie als Mitglied der Friedensbewegung, als Historiker auch den Leuten Hoffnung machen, nämlich genau hinzuschauen und auch wenn es mal schwierig wird, das als Herausforderung zu sehen, man wächst ja mit seinen Aufgaben. So ist es. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, das war eine Sendung zum 11. September. Es bezieht sich natürlich auf den 11. September 2001, nicht auf Allende. Es war auch noch den 11. September. Heute ist der 11. September. Die Sendung wird im Netz stehen. Unsere Bitte an euch, wenn ihr sie seht. Diskutiert sie in den Netzwerken, habt eine eigene Meinung dazu, übernehmt nicht unsere Meinung, unsere Thesen, sondern recherchiert weiter, kauft die Bücher, lest die Bücher. Könnt sie übrigens auch gebraucht kaufen, viele gibt es ja auch nur noch gebraucht, aber macht euch ein eigenes Bild, denn das, was sich am 11. September ereignet hat, das ist zwar vorbei, aber was da auf den Weg gebracht wurde, das betrifft im Moment unsere Gegenwart und es wird auch unsere Zukunft betreffen und wenn man sich dort nicht einschaltet, dann gibt es diesen Spruch, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Mein Name ist Kenny Ebsen und meine Zielgruppe bleibt Damage.